Freunde, im heutigen Video haben wir mal eine ganz spezielle Obby gespielt, denn bei dieser Obby hatten wir nur begrenzte Sprünge und viele von diesen ganzen Jump'n'Runs konnte man das nur in einem Team schaffen, also wir brauchten Hilfe von der Lamy-Army. Und Freunde, ob wir das geschafft haben, das seht ihr im Video, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, und damit würde ich sagen, geht es auch schon los, Freunde, wir sind hier bei einer ganz, ganz besonderen Obby und zwar dürfen wir nicht so oft springen, ganz genau, ihr seht über mir eine Zahl, da steht 110, Moment mal, Polizei Nummer 110, ja, auf jeden Fall, wenn ich jetzt einmal springe, dann kriege ich einen Sprungabzug, das heißt nur noch 109 Mal darf ich springen und danach kann ich nicht mehr springen. Wir sind hier wieder auf jeden Fall mit ganz, ganz viel von der Lamy-Army am Start, das heißt, wenn ihr auch mal dabei sein wollt, wie die ganzen Leute hier, dann kommt gerne auf meinen Discord-Server, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, Freunde, wir gehen zu der ersten Obby und mal gucken, ob wir das mit 109 Sprüngen schaffen, aber ich denke mal schon, so, wir bekommen bei jeder Obby auch eine Belohnung und zwar hier bekommt man 25 Sprünge als Belohnung, okay, und ich glaube, man darf hier nur 11 Sprünge benutzen, das weiß ich jetzt nicht. Freunde, wir finden das alles heraus, okay, super easy, okay, lol, das ist noch easy und, oh, okay, jetzt wird es immer schwieriger, Freunde, ihr seht schon, nein, was, hä, ähm, naja, ich glaube, hier müssen wir dann mal springen oder schafft man das irgendwie, oh, nein, okay, man muss da springen und ich habe schon gesehen, ich habe irgendwie ein paar mehr Sprünge dazu bekommen, hallo, wo bin ich, ah, so, ich habe irgendwie mehr Sprünge dazu bekommen, das heißt, man kann hier auch Sprünge spenden, okay, das wusste ich auch nicht, so, 110 haben wir wieder und hier, oh Gott, jetzt wird es richtig schwer, komm schon, und, oh, oh, Freunde, oh, der letzte Sprung, let's go, wir haben jetzt zur Belohnung 25 Robux, äh, nein, warte mal, hä, was labere ich da, äh, 25 Sprünge bekommen, so, wir gehen jetzt zur nächsten Stufe und, ähm, und ich glaube, hier sind nur 10 Sprünge erlaubt oder, ähm, empfohlen, naja, Freunde, wir testen das Ganze mal aus, ich sehe schon die ganzen Leute hier hinter mir, yeah, die Lamy Army, Moment mal, das muss ich auch mal hier hinschreiben, wir haben hier so ein Schild, Lamy Army und, yeah, let's go, Lamy Army, Freunde, schreibt das alle gerne mal in die Kommentare, wir müssen hier irgendwie hochlaufen, ne, hier geht das nicht mehr, hier müssen wir schon springen, na gut, so, wir haben aber jetzt 151 Sprünge, kann es sein, dass sie mir die ganze Zeit hier Sprünge spenden, naja, wie auch immer, Freunde, es wird immer höher, oh, brauchen wir gleich zwei Sprünge oder so, kann man so einen Doppelsprung machen, nee, okay, ich bin mal gespannt, wie viele Sprünge wir ganz am Ende haben, es gibt hier natürlich ganz, ganz viele Stufen, so, hier musste man nicht springen, und über den Regenbogen zur Trophäe, und hier bekommen wir auch 25 Sprünge, so, let's go, dann gehen wir einfach mal weiter, ich glaube, das ist noch alles mega einfach, ach, Moment mal, was steht da, Teamarbeit, mindestens zwei Spieler benötigt, okay, na gut, dann, dann, let's go, Freunde, wer möchte mein Team sein, ich glaube, hier fängt es schon an, man kann nicht, oh, ah, okay, hier kann man noch selber drüber springen, ich dachte, man muss jetzt irgendwie Räuberleiter oder so machen, so, Freunde, habt ihr mal im echten Leben eine Räuberleiter gemacht, ähm, ah, okay, Moment mal, man kann den Knopf drücken und dann den anderen Leuten helfen, ab hier muss man schon auf die anderen Köpfe springen, so, und dann können wir immer den Knopf drücken bei der nächsten Etage, wir sind ein richtig gutes Team, yeah, guck mal, wie fair das hier alles abläuft, damit auch wirklich jeder durchkommt, so, wir springen weiter, wir schaffen das, oh Mann, wir brauchen hier eigentlich nur so drei Leute oder so, aber wir sind einfach 100 Leute hier, die ganze Lamiami hilft über die Wand, yeah, so, jetzt helfe ich euch mal, ich drücke die Wand, so, perfekt, oh, dann geht es weiter, oh, okay, es wird auch immer höher, Freunde, ob wir das noch schaffen, ja, easy, gar kein Problem, so, Knopf gedrückt, sehr gut, Freunde, wir haben 221 Sprünge, vielleicht schaffen wir es wirklich am Ende, 1000 Stück zu haben oder so, na los, kommt schon, yeah, sehr gut, Freunde, jeder kommt hier durch, und da bekommen wir wieder die Belohnung, und wie viele Sprünge sind es jetzt? Es sind, ähm, Moment mal, ich glaube, 75 Sprünge, nee, 150 Sprünge, lol, okay, Freunde, wir haben schon 363, sehr, sehr gut, okay, und wir haben hier auch so eine kleine Ecke schon errichtet, die Lamy-Ecke, ähm, ja, ähm, wie wäre es mit einer Runde Picknick, hat jemand Hunger? Ich habe auf jeden Fall Hunger, Freunde, Moment mal, was sehe ich denn hier? Lamy stinkt, hey, was soll das? Oh, Freunde, als Rache müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, Kiara stinkt, ja, 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 hier legt sich niemand mit der Lamy-Army an, so, dann wollen wir mal weitermachen, hier, äh, bekommen wir, keine Ahnung, ah, 100 Sprünge, na gut, dann, dann wollen wir mal, Hier muss man ja schon eine riesige Räuberleiter machen, okay, wir machen einfach mal weiter, ich glaube, wir sollten das auf jeden Fall schaffen, wir sind schon genug Leute dafür, let's go, ich mache die Wand hier auf, und Moment mal, mir wurde gerade der Tipp gegeben, wenn ich hier in die Einstellungen gehe und das hier aktiviere, alter, dann sieht es ja viel schöner aus, okay, das sieht echt viel besser aus, Dankeschön für den Tipp, wir gehen jetzt einfach mal weiter, so, sehr gut, Freunde, Dankeschön, dass ihr auf mich wartet, oh, die anderen sind schon weitergegangen, aber da oben ist der Apfel, yeah, was geht ab, Apfel, wir haben einmal Banani und Apfel, der ist jetzt auch immer dabei, so, okay, hier wird es wieder richtig hoch, kommt schon, irgendeiner muss es schaffen, so, ich glaube, es haben genug geschafft, sehr gut, oh, jetzt müssen die schon den Knopf für mich weiter drücken, aber, ähm, das ist auch kein Problem, so, weiter, alter, oh, Dankeschön, Freunde, es hat richtig gut geklappt, und wir machen genau so weiter, kommt schon, wir boosten hier einfach mal mit, mit den anderen, oh, okay, jetzt bin ich hier oben, so, und ich glaube, das sollte, nee, das ist die vorletzte Wand, okay, die nächste Wand ist also noch höher, okay, Leute, springt nach oben, ist egal, wer hochkommt, kommt schon, irgendeiner muss es schaffen, ja, ich glaube, Banani hat es geschafft, yeah, Banani, Banani Power in die Kommentare, Moment mal, die trägt immer noch das, äh, Schild mit Lami stinkt, vielen Dank auch, oh, Mann, oh, Mann, Chiara, ich hoffe mal, genug Leute schreiben in die Kommentare, dass Chiara auch stinkt, wir sind die stinkende Lami-Army, ähm, ja, okay, Freunde, ich würde sagen, wir haben jetzt dafür ganze 200 Sprünge bekommen, das heißt, wir überspringen einfach mal die nächsten, oder, ich weiß nicht, ob die so schwer sind, oder, ob die auch so easy peasy sind, oder, Moment mal, nein, das ist, das ist Squid Game, Freunde, das mit dem Glas, okay, das spielen wir auf jeden Fall, na los, Freunde, oh, man kann sich hier wirklich verkleiden, lol, wie nice, okay, ich, ich beginne einfach mal, oh, nein, das war das Falsche, oh, Mann, nein, na gut, dann folgen wir einfach mal euch hier, ihr macht das schon richtig gut, okay, das nächste ist hier rechts, so, okay, ich trau mich, es ist, nein, ich bin so schlecht, ich hab immer so viel Pech bei solchen Spielen, also, wenn ich bei Squid Game mitgemacht hätte, dann wäre ich beim ersten Spiel schon gestorben, so, hier lang, hier lang, und ich probier's nochmal, oh, ich hab's geschafft, Alter, da unten ist ein Hai, da will ich jetzt nicht runterfallen, na gut, warte mal, springt hier mal, ja, sehr gut, Apfel, der, oh, warte mal, hä, wir dürfen nicht so lange da draufstehen, ach so, oh, Mann, das wusste ich aber nicht, hätte mir das mal jemand gesagt, so, hier lang, zack, oh, nee, ich kann mir nicht mal den Weg merken, oh, nein, okay, das erste war auf jeden Fall links, dann rechts, dann links, nee, oh, Mann, ich bin so dumm, Freunde, nein, es tut mir leid, ich bin echt schlecht, ich sag's euch doch, ich kann mir nix merken, jetzt bin ich selber verwirrt, Freunde, so, es war hier rechts, dann links, nein, es kann nicht sein, oh, Mann, jemand muss mir jetzt unbedingt den Weg zeigen, sonst schaffe ich das erst morgen, okay, es war erst mal rechts, oh, hä, ich bin, äh, Freunde, das wird mir langsam ein bisschen zu peinlich, okay, das erste ist links, dann rechts, dann rechts, dann nochmal rechts, jetzt links, dann, ähm, ähm, war es rechts oder links, Banani, geh du mal vor, oh, ja, das Mädchen, das Mädchen, du bist ein Superheld, und die da vorne, die warten auch alle schon, die dürft da nicht so lange stehen, Freunde, sonst, ähm, bricht das Glas, okay, es ist links, dann nochmal links, ich zeig's euch, Freunde, ja, es ist auf jeden Fall nicht die goldene Mitte, ach, Mann, oh, jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal von neu gehen, okay, links, rechts, 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 dann links, dann rechts, dann, was, links, ich glaube, es war links, ja, links, und jetzt, nein, es stehen da so viele Leute und keiner springt, ey, na gut, Freunde, wenigstens habe ich den anderen jetzt den Weg gezeigt, so, rechts, rechts, dann hier links, rechts, doppel links, oh, nein, jetzt ist er auf meinen Kopf gesprungen, oh, Mann, oh, Freunde, ähm, ich will nicht mehr spielen, wenn ich jetzt noch einmal sterben sollte, dann, Freunde, dann spende ich euch 1000 Robux, versprochen, so, zack, dann, oh, nee, jetzt nicht im Ernst, oder, okay, Freunde, ähm, irgendjemand bekommt jetzt 1000 Robux von mir, kommt einfach in die Discord-Gruppe, so, zack und zack und zack, dann hier lang, einmal rechts, dann doppel links, dann, was, rechts, dann links, okay, so, wir sind jetzt wieder hier, hier, guck mal, äh, traut sich denn niemand? Kommt schon, Freunde, ihr seid doch die Lamy-Army, na gut, dann mache ich es, nein, es war natürlich falsch, ey, ich kann, ich kann ja nur falsch liegen, was denn sonst? Und so, wir sind wieder hier, dann hier lang, okay, das sind die letzten beiden, und, äh, ich entscheide mich für, ja, und, ja, ich hab es geschafft, haha, ich bin, oh, Moment mal, jetzt bin ich der Squid Game-Soldat, let's go, okay, hier ist, glaube ich, wieder Teamwork, zwei Freunde, Apfel-Obby, Moment mal, zwei Freunde, Apfel-Obby, wir brauchen unseren Apfelfreund, äh, Moment mal, nee, das ist eine Erdbeere, oh, wo ist der Apfel, da ist der Apfel, was sucht ihr auf einmal eine Erdbeere, Leute, oh, okay, danke schön, ich dachte, jemand ist mein Freund auf der anderen Seite, okay, ich glaube, ähm, es gibt einen auf der rechten Apfel-Seite und dann auf dem Apfel-Saft, okay, verstehe, Moment mal, einer muss auf die andere Seite, äh, hey, hey, der hat mich einfach runtergeschubst, der blöde Apfel, oh, Mano, okay, jetzt, Freunde, jetzt suchen wir uns einfach mal einen Freund, so, wir gehen auf die linke Seite und ich gehe auf den Apfelsaft, jemand muss auf den Apfel, nein, Banani, oh, nein, jetzt, jemand, so, dann weiterspringen, ähm, äh, ja, weiterspringen, so, nein, jemand muss auf das erste Trinkpäckchen, na los, auf das erste Trinkpäckchen, wenn wir auf diesem Trinkpäckchen sind, dann geht der Apfel an, so funktioniert das ganze Spiel, kommt schon, ähm, Banani, was springst du da runter, ey, so, der nächste muss, äh, okay, Moment mal, wir warten einfach mal, weil auf der anderen Seite sind auch Trinkpäckchen und da sind gleich bei uns die Äpfel, das heißt, wir müssen warten, bis da auf der anderen Seite ein paar Leute durchkommen, Moment mal, ich glaube, ich nehme das jetzt selber in die Hand, so, jetzt bin ich einfach mal dran, nein, oh, Banu, ich glaube langsam, die wollen mich alle trollen, so, einer muss auf das Trinkpäckchen, äh, komm schon, Freunde, irgendjemand, so, zack, oh, nein, die Erdbeere, warum schubst du mich, oh, Banu, so, jetzt aber, Freunde, wir hüpfen hier drauf, auf den nächsten Apfel, dann hier drauf, nein, oh, oh mein Gott, nein, was war das denn jetzt, doch, Mann, ich glaube, Freunde, es gab noch nie eine Obby, wo ich so oft gefällt habe, aber, okay, wir sind jetzt, jawohl, wir sind endlich hier drauf, jetzt müssen wir nur noch hier über den Apfelsaft, okay, warte mal, wir brauchen jemanden auf der anderen Seite, nein, der, da, da ist so ein Apfelkuchen oder so, kommt schon, ich brauche noch einen Apfelfreund, kommt schon, ja, die schafft das, na los, du schaffst das, ja, und, nein, die ist runtergefallen, auch, Mann, oh, Moment mal, da ist Banani auf dem anderen, nein, ich wurde schon wieder getrollt, Freunde, ich glaube, äh, wir lassen das jetzt einfach mal, wir machen mit dem nächsten Obby weiter, irgendwie trollen die mich die ganze Zeit, na los, Apfel, wir gehen weiter zum nächsten Obby, und hier dürfen wir gar nicht springen, Freunde, das soll wohl eine Obby sein, wo man versuchen muss, gar nicht zu springen, Freunde, das schaffen wir auch, easy peasy, okay, ähm, das sieht aber nicht so schwer aus, wir müssen einfach nur über die Seile hier laufen, das ist ja mal gar nicht schwer, Freunde, so, das machen wir auch, und, äh, Moment mal, wie hoch geht das überhaupt, oh Gott, oh Gott, Alter, so weit nach oben muss ich jetzt laufen, ach, Manu, na gut, dann wollen wir mal, Freunde, wir sehen uns gleich da oben, Okay, Freunde, wir sind jetzt hier bei der Wolke angekommen, wir sind immer noch kein einziges Mal gesprungen, und jetzt müssen wir einfach noch höher gehen, oh Gott, wenn ich jetzt runterfalle, dann rass ich aus, Freunde, ich sag's euch, und, okay, wir müssten gleich oben da hinten bei der Insel sein, das ist gar nicht mal so weit weg, Ich seh schon, da sind irgendwelche Laser oder so, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, Freunde, was uns da erwarten wird, oh, oh, hier sind, Moment mal, Pilze, okay, hier dürfen wir nicht runterfallen, Nein, ich hab den Pilz berührt, aber, äh, okay, spawnen immer noch hier oben, okay, sehr gut, Freunde, wir dürfen einfach nur nicht diese blöden, giftigen Pilze berühren, so, das sollte kein Problem sein mehr für uns hier, Zack, oh, nein, der Apfel, der hat's nicht geschafft, oh, hier lang, und zack, okay, immer noch kein einziges Mal gesprungen, Freunde, merkt euch das, einmal hier durch, Oh, ich bin zu schnell gelaufen, nein, oh, Mann, oh, ich wollte nicht mehr sterben, aber, egal, wir wissen jetzt, wie das geht, wir sind gleich da oben, so, hier durch, und zack, Und, was ist da oben, ich glaube, auf jeden Fall, 200 Sprünge mindestens, oh, oh, so, ich bin gespannt, wie viele Sprünge da oben sind, und es sind, Moment mal, wir sehen es jetzt, es waren, ah, 150 Sprünge nur, hey, Manu, okay, Moment mal, also, da nach oben, Gehe ich auf jeden Fall nicht, Freunde, das dauert mir, glaube ich, viel zu lange, wenn ich da nach oben gehe, dann geht das Video bestimmt eine Stunde, deswegen, Freunde, wir gucken jetzt mal, Wow, Moment mal, ist das ein Riesenrad, da gehen wir auf jeden Fall hin, Freunde, Okay, Alter, ist hier einfach so ein Spielplatz, oh, Mann, ey, Freunde, das freut mich, weil ich liebe einen Freizeitpark, Freunde, so, ich bin ein Riesenfan, auch von diesem Riesenrad, Hier, Moment mal, kann das auch angehen? Geht das irgendwie an? Na los, Freunde, startet das Riesenrad, hey, das geht wirklich, lol, wir können uns hier einfach so hin und her schaukeln, Oh, Moment mal, Freunde, wir überschlagen uns, die ganzen Leute fallen hier raus, oh, Mann, oh, Mann, So, wir sind gleich hier oben, dann gucken wir uns einfach mal von hier oben den schönen Ausblick an, in Roblox, wow, äh, wunderschön, okay, wir gehen hier einfach mal raus, sonst wird mir noch zu schwindelig, Okay, da hinten, Moment mal, ist das ein umgedrehtes Haus? Ähm, das müssen wir auf jeden Fall auch nochmal abchecken hier, und wie gesagt, hier nach oben gehe ich ganz bestimmt nicht, Moment mal, wir gucken uns das mal an, nein, Freunde, also das dauert mir, wow, Alter, wie sieht das denn aus? Das dauert mir viel zu lange, und dann verschwinden die Treppen auch noch? Okay, Freunde, nein, da bin ich auf jeden Fall raus, tut mir leid, wir machen lieber mal das hier, Das sieht auf jeden Fall auch noch mega interessant aus, so, hier müssen wir springen, Freunde, Ich weiß jetzt nicht, wie oft wir springen müssen, aber wir haben eh 816 Sprünge, die bekommen jetzt eh nicht alle weg, So, und, ähm, ich glaube, Freunde, die 1000 Sprünge sollten wir heute im Video auch noch bekommen, Ich glaube sogar schon nach diesem, Moment mal, was ist das hier? Das ist ein Labyrinth, nein, ich hasse Labyrinths, ey, oh, und dann auch noch so eins, oh, oh, Freunde, das kann mal was werden, Okay, wir gehen jetzt einfach mal hier durch, ich hoffe, das ist jetzt die richtige Seite hier, und wir kommen hier über, weiter, ne, Nein, hier ist eine Sackgasse, oder? Können wir da drüber springen? Ja, theoretisch, mit Hilfe könnte man nicht drüber springen, hä? Hä? Warte mal, warum können die einfach durchlaufen? Ey, Mano, naja, Freunde, wir laufen jetzt auch mal da durch, die Wand ist jetzt weg, so, nein, hä, die Wand ist wieder da, nicht im Ernst, oder? Ja, und, ja, die Wand ist weg, sehr gut, Freunde, wir laufen durch, und dann geht's hier weiter mit diesem Labyrinth-Obi, wie auch immer, und, oh, Banani, wo kommst du denn her, ey, aus dem Himmel, oder was? So, okay, hier wird's schneller, so, zack, wir springen nicht, oh, oh, das wird knapp, okay, sehr gut, hier müssen wir, glaube ich, da drauf balancieren, so, wir springen einfach mal, Freunde, Ich meine, wir haben eh genug Sprünge, die gehen jetzt eh nicht alle weg, so, was ist das hier, oh, sag das doch, dass man das nicht berühren darf, ey, naja, wie auch immer, einfach mal weiter hier, so, zack, oh, alter, was ist das denn hier? Okay, ich weiß gar nicht, wo ich lang muss, ich gehe einfach mal hier entlang, und am Ende laufe ich hier einfach im Kreis herum, ich gehe einfach mal hier lang, Freunde, so, oh, warte mal, das schaffen wir doch niemals, oder? Und, oh, doch, sehr gut, dann hier lang, hier lang, ich hoffe mal, das ist jetzt einfach mal der richtige Weg, ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe, geht es da lang überhaupt? Ja, oh, nein, doch nicht, nein, das war alles nur eine Sackgasse, jetzt im Ernst doch, Manu, wie soll ich denn hier jemals zurückkommen, ich bin alleine hier, Freunde, ich habe mich alleine gelassen, und ich komme wirklich nicht zurück, Moment mal, Banani kommt mir zu Hilfe, na los, Banani, du musst mir helfen irgendwie, ich komme hier einfach nicht mehr raus, ähm, ja, und ich glaube, zu zweit kommen wir hier auch nicht weiter, ja, wir brauchen noch mehr, Leute, genau, kommt alle zu uns hier, oh, nicht sterben, bitte, und, ja, das Mädchen hat es zu uns gefunden, okay, Freunde, mal versuchen, ob wir das zu dritt hier schaffen, hochzukommen, so, alle hier hüpfen, kommt schon, schafft man das zu dritt, Freunde, das wird sehr, sehr schwer, Wir versuchen hier einfach mal eine Räuberleiter zu machen, aber ich glaube, das wird nichts, oder? Wir sind immer noch zu klein, nein, wir brauchen noch, noch eine Person, kommt schon, irgendjemand muss uns hier finden, in der Wüste, na wartet mal, vielleicht kann ich ja auch von ihrem Kopf auf das blaue Ding widerspringen, ähm, ja, oh nein, wir sind auf jeden Fall in der Sackgasse, so, Banani, ja, du verstehst mich, ja, ich habe es geschafft, okay, Freunde, keine Sorge, ich hole Hilfe, So, ich, äh, muss hier mal die ganzen Leute suchen, und, Moment mal, ja, die ganzen Leute haben uns endlich gefunden, ja, das hat geklappt, Freunde, wir werden auf jeden Fall die Sackgasse noch umgehen, so, jetzt gehen wir einfach mal weiter, oder? So, kommt schon, oh, nein, die schaffen es nicht mal hier hin, kommt schon, Freunde, ihr schafft das schon, ja, 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 da kommen immer mehr, Freunde, oh, Mann, Leute, wir werden auf jeden Fall diese Sackgasse jetzt besiegen, oh, hä, hä, was sollte das denn jetzt? Okay, jetzt sollten wir es auf jeden Fall hier drüber schaffen, ich glaube, das ist trotzdem nicht der richtige Weg, aber wir schaffen das jetzt auf jeden Fall zu fünft hier, ja, 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 jawohl, ähm, okay, und wie kommt ihr jetzt so, ähm, gibt es hier vielleicht irgendeinen Knopf, den man drücken kann, Moment mal, müssen wir überhaupt hier sein, wir können hier einfach cheaten, Freunde, lol, was geht denn jetzt ab, ey, Moment mal, ich glaube, das ist einfach das Ziel, oder? Ja, ja, wirklich, das ist einfach das Ziel, müssen wir hier hochklettern, oh, let's go, okay, Freunde, das heißt, wir haben jetzt einfach mal mithilfe der Lami-Army gecheatet im Labyrinth, oh, Mann, Freunde, dafür müsst ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben, Und, Freunde, wir haben jetzt sogar auch 1201 Sprünge, wer weiß, Freunde, vielleicht schaffen wir sogar passend dazu die 1201 Likes auf diesem Video, das ist ja auf jeden Fall mega cool. Freunde, im heutigen Video haben wir ein ultimatives Stuhlrennen gemacht mit der ganzen Lami-Army und Emily, und falls ihr wissen wollt, ob ich da einmal Erster geworden bin, dann schaut das Video gerne bis zum Ende, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, und jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay, Freunde, und hier sind wir auch schon, wir wählen uns hier erstmal einen Stuhl aus, wir nehmen erstmal beim Anfang hier diesen kostenlosen Stuhl, diesen Holzstuhl, der ist ziemlich langweilig, oh, oh, okay, ich hab vergessen, man darf nicht springen, jetzt hat die mir den Stuhl geklaut, ey, so, okay, und wir starten jetzt mit dem Rennen, in sieben Sekunden geht es los, wir gehen hier an die Startlinie, so, Emily ist natürlich auch am Start. Hey, Freunde, was geht? Oh, das geht los, okay, 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 Freunde, wir haben dieses Spiel auf jeden Fall schon mal bei Emily im Video gespielt, das ist auf jeden Fall richtig, richtig nice gewesen, deswegen machen wir es hier nochmal so, und, oh Gott, ich glaube, ich bin Dritter geworden, oder? Ja, ja, hier sind wir, Freunde, let's go, und der erste ist Blue, oh, und hier haben wir ein Bacon, also, Freunde, ihr könnt gerne nochmal das Video von Emily abchecken, da haben wir das Ganze auch nochmal gespielt, wir haben jetzt aber auf jeden Fall noch ein paar Punkte, um genau zu sein, 735 Punkte, und damit können wir uns auf jeden Fall einen ganz, ganz freshen Stuhl kaufen, Hm, hm, wie wär's, oh Gott, oh Gott, hier sind richtig viele, oh, die Toilette, die kostet aber 500, das ist mir ein bisschen zu teuer, aber 750 für diese Banane, Freunde, da müssen wir auf jeden Fall sparen, hm, oder, Moment mal, können wir uns vielleicht so Punkte kaufen, oder so, kann man das hier kaufen, Moment mal, da ist einfach Talking Ben, Emily, schau mal. Äh, was, lol, was macht der denn hier, ähm, ho, 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 no, okay, Freunde, wir müssen jetzt auf jeden Fall einen Stuhl auswählen, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal, hm, diese süße Ente hier, so, zack, okay, und, ähm, wir können uns auf jeden Fall noch morfen, das können wir natürlich jetzt auch mal machen, okay, wen haben wir, Jenna, Baldi, Piggy, hm, so ein Knasttypen, Ähm, okay, 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 wir müssen jetzt erstmal die Map bauten, ähm, welche Map wollen wir spielen, äh, das ist mir eigentlich eh, warte mal, diese Lava Map sieht cool aus, ja, das stimmt, okay, dann nehmen wir die einfach mal, uh, hier sieht jetzt alles grün, okay, 10 Sekunden und dann geht das Rennen los, Freunde, wir sind hier natürlich mit der Lamy Army am Start, oh, die Map wurde wieder gewechselt, oh, okay, Okay, was, warum das denn, Freunde, da, toll, äh, naja, wie auch immer, wir spielen heute auf jeden Fall noch jede Map, deswegen, keine Sorge, in drei Sekunden geht es los, und, komm schon, und, let's go, oh, ich stecke fest, okay, jetzt geht's los, und, 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 ich bin sogar Erste, let's go, Lamy, Lol, warte mal, ich folge hier gerade jemand anderem, ich glaube, das ist ein, äh, gutes Secret hier, Nein, 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 ich bin nicht vor meinen Stuhl runtergesprungen, Okay, Moment mal, wo ist nochmal das Ziel, ah, da ganz hinten, und ich fahre hier einfach außen rum, ey, oh Gott, oh Gott, oh, nein, nein, oh, Mann, oh, Freunde, das war's, glaube ich, oder, können wir hier vielleicht irgendwie ein bisschen schummeln, oh, Moment mal, ich bin hinter dir, Emily, schau mal, Let's go, ich glaube, werde ich sogar Erster, oder ist schon jemand durch die Ziellinie? Nein, ich bin auch nicht durch die Ziellinie, nein, oh, warte mal, ich renne jetzt einfach durch die Ziellinie durch, nein, du bist Erster, let's go, ich bin gar nicht Erster, was, nein, welcher Platz bist du denn? Dritter, dritter, oh, nein, 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 alle überholen mich, sogar diese Ente hier, oh, nein, oh, Mann, oh, Mann, Freunde, na gut, wir sind auf jeden Fall nicht hier auf der, Siegertreppe, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Morph, als Lami können wir hier leider nicht gewinnen, hm, vielleicht kannst du uns mal helfen, Emily, hm, okay, ich komme mal, was gibt es denn so Schönes? Oh, Goomba ist cool, aber die Ente, ich nehme die Ente. Oh, Shrek kostet 1000, okay, so, jetzt können wir erstmal die Map auswählen. Nein, Stuhl ist weg, okay, diesmal nehme ich aber die Lava Map. Die Lava Map, okay, mach das mal und ich suche mir jetzt erstmal hier einen besseren Stuhl aus. Oh, dieser Gaming Stuhl sieht nice aus, wir haben aber ein paar mehr Punkte, deswegen können wir uns auch was Besseres leisten. So, dieses Büro hier, oh, warte mal, ich hole mir gleich dieses ganze Gaming Setup mit drei Monitoren. Alter, let's go. Es ist wieder eine andere Map, Lami. Oh, na gut, Freunde, ich würde sagen, das schaffen wir trotzdem und da kommen wieder diese Kugeln von oben runter, da müssen wir auf jeden Fall ausweichen und, nein, ich stecke immer fest am Anfang, aber Freunde, das ist nicht so schlimm, denn ich glaube, oh, die anderen werden auf jeden Fall noch von den Kugeln hier bombardiert. Let's go, ich bin gerade zweite, ich bin erste, nein, ich bin erste. Oh Gott, oh Gott, okay, 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 die ganzen Leute vor mir, die schubsen die Kugeln einfach mal weg, oh, oh Gott, das war knapp, sehr gut und ich glaube, ich könnte noch dritter werden. Ich bin erster. Ja, ja, und was? Ich bin dritter, du bist ja nicht erster. Wer, wann war der denn vor mir? Ich glaube, der hat geschummelt, ich bin mir sicher, der hat sich telefoniert. Ja, 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 Freunde, wir müssen auf jeden Fall auch noch erster werden, sonst beende ich dieses Video natürlich nicht, aber dafür brauchen wir einen neuen Morph. Okay, wen nehmen wir jetzt, oh, Monkey, wir nehmen diesen Affe hier, so, setz uns wieder hin, so, perfekt, okay, und dann geht es gleich weiter. Okay, Emily, jetzt sind wir hier auf dieser Vulkan-Map, die du unbedingt wolltest, oh Gott, oh Gott, da sind auf jeden Fall welche runtergefallen. Alter, okay, ich habe hier aber so eine dicke Couch, niemand kommt an mir vorbei, nicht mal du, Lamy, oder so? Ähm, ich bin auf jeden Fall viel weiter vorne, nein, oh Gott, oh Gott, so, einmal hier. Oh, Mann, der hat eine Abkürzung genommen. Lol, okay, die Abkürzung nehme ich auf jeden Fall auch. Jetzt verstehe ich, warum der immer gewinnt, aha. Ja, der kleine Sturm da, aber ich werde ihn überholen, komm schon, noch ein bisschen, so, hier lang, nein, der ist auch durchgekommen, komm schon, komm schon, nein, 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 ach, Manu, er hat einfach gewonnen. Egal, wir haben den zweiten Platz hier als Monkey. Als Monkey hätte es auf jeden Fall gut geklappt, aber ich will den ersten Platz, Freunde, wir brauchen neue Sachen. Dann musst du jemand anders sein, und zwar, lass mich mal. Oh, das wäre richtig krass, wenn ich die Banane wäre, ich wäre einfach Banani. Oder, Alter, gibt es noch das Backrooms-Monster, interessant, interessant. Sei dieser kleine Vogel hier. Näh, der kannst du sein, du bist ein Vogel. Nö, also jetzt wird nicht frech, ich bin eine ganz Lamy. Ja, du bist ganz, ganz Vogel, äh, ja. Okay, naja. Okidoki, wir sind jetzt aber in den Backrooms, und hier kenne ich sogar den Weg, Freunde, hier muss ich doch erster werden. Was? Oh Gott, hier lang, nein, der kennt auch den Weg, oh, warte mal, das war der falsche Weg. Nein, ich wurde getrollt, oh Gott, oh Gott. Warte mal, äh, wie, wie, was, hier gibt es einfach einen neuen Weg, warte, hier lang, hier lang, hier lang, äh, oh, hä? Äh, ich hab's geschafft, ja, ich bin durch, ich bin durch. Ich sterbe die ganze Zeit, was soll das? Oh Mann, ey, das ist ja echt zass hier. Aber ich bin einfach Dritte geworden. Ähm, okay, Moment mal, ich geh einfach mal hier durch. Nein, ich schaffe es nicht einmal. Ich werde die ganze Zeit zurück teleportiert wegen diesen blöden Backrooms-Monstern. So, dann gehen wir einfach mal hier durch. Zack und zack, und da ist es schon wieder. Ja, okay, wir sind auch durch als Letzter, wow. Okay, jetzt spielen wir auf dieser Map. Die erinnert mich auf jeden Fall richtig an die Galaxy-Map von Mario Kart. Okay, zwei, eins, und los. Ah, okay, ich bin ganz weit vorne. Fehlstart, Hilfe, nochmal. Ja, ja, nochmal, morgen vielleicht. So, wir müssen hier auf jeden Fall durchracen. Und, oh, diesmal hole ich mir den ersten Platz. Aber ich weiß, hier schon wieder überholt. Was ist das für einer? Der hat doch nur den kostenlosen Stuhl. Wie kann er mich überholen, ey, der Noobie? Äh, weil du ein Noob bist. Nein, 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 nein. So, das geht hier nicht. Ich muss ihn auf jeden Fall noch einholen. Und, komm schon, ich hab doch das Gaming-Setup. Ich muss der Schnellste sein. Und ich bin ein Affe. Das kommt auch noch dazu. Moment mal, ich bin stehen geblieben. Das war unfair, da war Kleber oder so. Oh Gott, oh Gott. Aber wir werden auf jeden Fall erster, zweiter und ich auch dritter Platz. Das ist cool. Ja, ich hab ihn überholt. Was? Oh, warte mal. Hä? Das ist jetzt Scam, Freunde. Ich hab doch gesehen, dass ich erster war. Ihr habt das auch gesehen, oder? Oh Mann. Nö. Naja, Freunde. Wir müssen uns auf jeden Fall was Neues kaufen. Als Affe mit dem Gaming-Setup kommen wir nicht irgendwie an den ersten Platz. Oh, wir brauchen die Toilette. Okay, jetzt haben wir die magische Toilette. Und wir brauchen natürlich noch einen neuen Morph. Dafür nehmen wir einfach mal Blue. Wir sind jetzt Blue in der Toilette. So. Hey, gib meine Toilette zurück. Meine Toilette. Ah, jetzt. Äh, äh, ähm, 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 äh, was passiert hier? Ah, hä? Jetzt bin ich Emily? Was geht hier jetzt ab? Okay, das ist jetzt sehr, sehr komisch. Moment mal, Emily will ich nicht sein. So. Hey, was passiert hier, Emily? Ähm, irgendwie, irgendwie, äh, ist hier gerade alles sehr, sehr verrückt. Kann ich jetzt meine Toilette? Und am besten noch als Blue. Äh, nein. Irgendwie funktioniert das nicht. Das ist total unfair. So. Toilette. Hä? Oh Gott, Freunde, was passiert hier? Freunde, die haben mich einfach gescammt. Ich habe eigentlich Blue gekauft. Und jetzt kann ich Blue nicht mehr sein. Und das Rennen startet einfach ohne mich. Hey, Emily, du sagst mir gar nichts. Äh, ich bin eine Banane. Nein, ich weiß, ich bin auf einer Banane. Aha, okay. Egal, Freunde. Das ist hier dieses Good Game Spiel. So, okay, okay, okay. Wir gehen einfach mal weiter. Oh, da bist du runtergefallen. So, einmal hier nach rechts. Jetzt werde ich auf jeden Fall erster sein. Na los, Freunde. Ich bin die kleine Emily auf dem Pod. Ja. Ähm, nochmal hier rechts. Sehr gut. Okay. Äh, so, Moritz, Roblox. Du musst auf jeden Fall hier weiter. Ich gehe auf jeden Fall nicht weiter durch. Oh, die Ente steckt da. Moment mal. Hast du etwa die Banane? Ja, ich habe mir die Banane geholt. Yo, let's go. Oh, hey, schubst mich. Oh Gott. Jetzt habe ich gar keinen Stuhl mehr. Moment mal. Geh weg von meiner Toilette. Ah, Hilfe. Na gut, Freunde. Wir laufen hier einfach durch. So, das geht auch fit. Oh, guck mal. Können wir auch auf die Banane gehen? Ja, jetzt ist die schon voll, Lamy. Yeah, Bananenparty. Äh, warum siehst du so hübsch aus wie ich? Ähm, darüber will ich nicht reden. Ah, haha, du Noob. Ah, haha, du Noob. Okay. Noch 20 Sekunden. Komm schon, ihr müsst... Oh, warte mal. Ich kann mich hier auf die Couch setzen. Hm, so. Okay, es ist wieder links. Komm schon, noch 10 Sekunden, Freunde. Es ist wieder... Nicht links. Nein. Ach, Manu. Hat es jemand geschafft? Ich, ich laufe in der Mitte. Hat es jemand geschafft? Nein. Nein, es hat kein einziger hier aus der Lamy Army geschafft. Oh Mann. Hö, hey. Freunde, wir nehmen einfach mal ganz schnell hier diesen Gartenstuhl. Und das Rennen geht auch schon los. Los. Ich lau einfach wieder ohne mich los. Hey. Ja, was können wir denn dafür, wenn du so ein Lamy Noob bist? Autsch. Oh Mann, jetzt knall ich doch gegen den hier. Aua. Oh Mann. Warte mal. Donuts. Äh, aber ich bin mit drei Leuten. Wer wird denn dann erster, zweiter, dritter? Ähm, ich hoffe mal nicht alle drei von euch. Ja, ich komme eh nicht auf die Tribüne. Ich bin hinter drei Leuten. Naja, vielleicht kann ich die ja noch überholen. Let's go. Moment mal, das sieht so aus, wenn du redest, als ob ich hier rede. Rede mal, Emily. Hallo, ich bin Emily. Wie geht's so, Freunde? Was macht ihr? Freunde, ich muss auf jeden Fall so schnell wie möglich meinen Skin wieder zurückholen. Irgendwie wollte ich nur Blue sein. Auf einmal wurde ich Emily. Emily, ich glaube, du steckst dahinter. Ich bin nicht mal erster. Geht von meiner Banane runter. Und ja, ich bin einer der Letzten. Sehr gut. Oh Mann, der Fjanic ist hier die ganze Zeit erster. Aber ich möchte wenigstens auch einmal erster werden. So, oh, oh. Mein Stuhl. Mein Stuhl kann fest. Oh, ich bin zu fan für den Stuhl. Aha. Das liegt auf jeden Fall hier an Emily. Hä? Ja. Was renne ich denn jetzt dafür? Freunde, ich würde sagen, wenn ich schon Emily bin, dann nehme ich auch den passenden Gaming-Stuhl hier. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Okay, diesmal verpasse ich das Rennen nicht. Und ich werde erster sein. So, in vier Sekunden geht es los. Und let's go. Okay, wir müssen erstmal alle Kegeln hier umstoßen. Mach das mal. So, zack und zack. Okay. Jetzt, Freunde, wir campen einfach mal hier. Und wenn alle Kegeln unten sind, dann können wir durchrasen. Oh Gott, oh Gott. Und es sollte jetzt sein, ja, ich bin endlich erster. Ja. Eigentlich bin ich ja Erste. Ähm, Moment mal, stimmt. Da ist dein Skin und ich meine. Ich bin endlich erster. Let's go. Ähm, ja, Freunde. Freunde, ich würde sagen, als letztes nehmen wir einfach mal diesen Sitzsack. Der sieht ganz gemütlich aus. Das Rennen geht in drei Sekunden los. Nein, ich darf es nicht verpassen. Und, oh Gott, oh Gott, ich nehme den Bus hier mit und let's go. Hey, Emily, du schummelst immer. Ähm, wie ich schummel, was, was, äh, äh, lol. Ah, da bist du stecken geblieben. Lol? Ja. Oha, ich wurde einfach so von einer magischen, unsichtbaren Wand aufgehalten. Aha, eine magische, unsichtbare Wand. Verstehe. Und ich überhole ihn. Nein, oh Gott, egal. Wir sind wenigstens noch dritter geworden. Die Ente ist auf jeden Fall erster. Und hier, oh, die hat auch ein schönes Emily-Army-T-Shirt. Sehr, sehr cool. Freunde, in dem heutigen Video haben wir eine Obby gespielt. Das war aber keine normale Obby, sondern diese Obby hat uns so oft getrollt. Das war eine Troll-Obby. Und, äh, ja, Freunde, schaut das Video einfach selber bis zum Ende. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und vergesst natürlich nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen, Freunde. Wir starten jetzt einfach mal hier mit der Troll-Obby. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, welche Trolls uns heute erwarten werden. Hm, ich würde mal sagen, wir starten einfach mal mit dem ersten Level. Hier steht schon ziemlich einfach. Ich hoffe doch mal. Oh, ähm, okay. Äh, wir gehen einfach mal weiter. Ein letzter Tipp. Du kannst springen, um Langsamkeit abzubrechen. Okay. Äh, verstehe. Ja, 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 okay. Bis jetzt ist es auf jeden Fall noch mega einfach. Wir haben hier drei Wege. Ähm, links. Nein! Es war ja klar, dass es nicht links ist. Na gut, Freunde. Dann ist es rechts. Okay, es ist nicht rechts. Na klar, ey. Dann halt die goldene Mitte. Okay, sehr gut. Immer noch leicht. Ja, auf jeden Fall. So, oh, ja, okay, okay, okay. Stufe fünf, Freunde. Wir checken das Ganze mal ab. Ähm. Nein! Okay, verstehe, Freunde. Man muss hier drauf. Da fangen die Trolls schon langsam an. So, hier wird es sehr eng. Okay, Freunde. Wir müssen hier auf jeden Fall langsam voran. Hä? Hä? Äh, hallo? Lol. Lol! Okay, okay, okay. Das war ein cooler Troll. Seltsam. Ja, auf jeden Fall. So, dann einmal hier lang. Okay, da war ein Loch drin. Natürlich. Und das Mädchen ist nicht durchgefallen. Oh Gott. Vielleicht hier. Okay, okay, perfekt. Das ist nicht sehr schwer. Du kannst es tun. Ja, wir schaffen das zusammen. Oder, Ella, Herz, wir schaffen das, oder? Ich hoffe doch mal. So, und dann, äh, Moment mal, hä? Hä? Moment mal. Ah, okay, okay, okay. Jetzt wird es schwieriger. Freunde, was meint ihr? Schaffen wir die ganze Obby bis nach da ganz hinten? Das sieht auf jeden Fall richtig leicht aus. Aber, ich glaube, da kommen auf jeden Fall noch ein paar schwierige Trolls. Wow, okay. Äh, habe ich jetzt nicht ganz so verstanden. Schau runter. Äh, hä? Warte mal. Was? Was soll ich denn da unten? Oh Gott. Oh? Nein. Nein. Ach, Manu. Hä? Aber warum soll ich da unten schauen? Ich check das nicht. Äh, und schon wieder falle ich runter. Mh, nein. Ach, Manu. Das kann doch nicht sein. Hä? Wie kommen wir denn hier bitte rüber? So, und nein. Hä? Irgendwie verstehe ich das nicht, Freunde. Vielleicht versteht sie das ja. Äh, so. Hier. Äh, okay. Bis hierhin konnte man... Och, Manu. Ich glaube, über die Mitte konnte man so laufen. Und hier muss man springen. Nein. Nein. Das war so knapp, Freunde. Komm schon. So. Was? Die hat es geschafft und ich nicht? Äh, nein. Oh Mann, das ist peinlich. Aber, oh Gott. Das ist wirklich peinlich. Ich schaffe nicht mal die zehnte Stufe. So, und... Nein. Hä? Bin ich wirklich so schlecht in Obbys, Freunde? Oh Gott. Ich möchte jetzt auf jeden Fall, äh, nicht den Kommentar Hashtag Schlecht Lami, äh, in den Kommentaren sehen. Bitte nicht. So, und... Nein. Okay, Freunde. Ihr könnt es alle schreiben. Schreibt einfach mal Hashtag Schlechter Lami oder sowas. Ich bin echt mega schlecht hier in der Obbi gerade. Oh Mann. Ich stelle mich auch wirklich dumm an gerade. Ähm. Muss ich jetzt auf die nächste Person warten, die mir irgendwie helfen kann? So. Nein. Och, Mano. Oh, warte mal. Äh. Lol. Guckt euch das mal an. Hä? Oh Mann. Das meinen die also mit Schau runter. Oh Gott, Freunde. Jetzt checke ich das erst. So. Hier lang. Hier ist einfach so ein geheimer Weg, ey. Die haben mich ja richtig getrollt. Okay, Freunde. Ihr seht schon, jetzt fängt es an. Nur Profis können hier durch. Okay. Übersehe ich hier vielleicht irgendetwas? Nee. Oh. Hä? Okay. Können wir hier drauf? Hä? Hier drauf? Nee. Das geht nicht. Hä? Moment mal. Auch nicht hier? Und hier? Ja. Hier gehen wir drauf. Yeah. Let's go. Okay. Ähm. Da ist einfach nur ein Smiley. Den könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Einfach nur den Smiley. So. Und hier? Äh. Oh. Okay. Das ging nicht. Vielleicht hier? Nee. Das ging auch nicht. Okay. Ähm. Warte mal. Ah. Über die Mitte. Okay. Die goldene Mitte ist es. Leiter. So. Äh. Hä? Okay. Warte mal. Äh. Das geht nicht, oder? Äh. Hallo? Was müssen wir hier machen? Und was passiert hier mit meinem Bein, ey? Oh. Hä? Die ist einfach nur hochgekommen. Hä? Wie das denn? Warte mal. Kannst du mir das nochmal zeigen, Mädchen? Ich schaffe das nicht, oder? Doch. Ich schaffe es. Yeah. Let's go. Viel Glück. Oh. Äh. 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 Warte mal. Wir gucken hier mal durch. Wir müssen auf jeden Fall nach oben. Ah. Ich sehe schon. Hier an der Seite. Da ist so ein Loch. So. Perfekt, Freunde. Haben wir auch easy gemeistert. Und wir sind jetzt bei Stufe 15. Ich gucke mal. Oh. Uns fehlt auf jeden Fall noch einiges. Also das könnte echt noch dauern. So. Hier steht. Ja. Es ist möglich. Okay. Und wie? Hä? Man fällt doch einfach nur durch, oder nicht? Hm. Oh. Warte mal. Was sehe ich denn hier? LOL. Okay. Okay. Seht ihr? Das ist so ganz, ganz leicht durchschaubar. Warte mal. Müssen wir hier lang? Ja. Ja. Wirklich? Yeah. Let's go. Okay. Ich hoffe, du hast ein gutes Gedächtnis. Ja. Das hoffe ich jetzt auch mal. Okay. Äh. Du gehst vor, Mädchen. Ich glaube, die will, dass ich vorgehe. Na gut. Links. Ha. Jetzt bist du dran. Du machst den nächsten. Schritt. Na los. Wir wechseln uns immer ab, ja? So. Rechts. Äh. Sehr gut. Okay. Dann gehe ich jetzt nach rechts. Okay. Links. Links. Ähm. Mädchen. Du bist wieder dran. Ja. Links. Oh Mann. Okay. Warte mal. Es ist links. 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 So. Nenni. Du schaffst es wieder. Oder? Okay. Ich glaube, die will, dass ich jetzt gehe. Okay. Nein. Oh Mann. Egal. Freunde. Es ist einfach nur fair, wenn ich jetzt so. Oh. Äh. Okay. Warte mal. Es war links. Links. Rechts. Links. Links. Und. Nochmal links. Und rechts. Und links. Yeah. Let's go. Okay. Ich muss dich aufhalten. Niemand wird die Lamy Ami aufhalten. So. Oh Gott. Hä? Tipp. Springen. Okay. 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 Easy. Freunde. So. Oh. Hä? Was müssen wir hier machen? Hä? Das geht doch gar nicht, oder? Hä? Äh. Ähm. Hä? Was müssen wir machen? Wir kommen hier nicht voran, oder? Oder müssen wir hier hin? Ja. Oh Gott. Das ist einfach eine Leiter. Die sieht man fast gar nicht. Aber wir haben es geschafft. Finde den Teleporter. Okay. Ähm. Ich glaube. Nee. Ich sehe den nicht, oder? Seht ihr den? Teleporter. Hallo. Warte mal. Vielleicht das Ding hier? Nee. Ähm. Kommen wir einfach hier durch? Nee. Auch nicht. Hm. Okay. Vielleicht müssen wir mal auf das Mädel hier warten. Die probiert da immer noch an der Seite rum zu hüpfen. Oh. Nein. Ich Idiot. Ey. Naja, Freunde. So. Wir suchen jetzt einfach mal den Teleporter. Okay. So. Hier ist der nicht. Hier nicht. Vielleicht hier. Nö. 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 Hä? Wo soll der denn bitte sein? Moment mal. Vielleicht hier? Nö. Hm. Das ist irgendwie ganz sass. Äh. Ähm. Ich weiß gerade nicht weiter, Freunde. Weiß es einfach nicht, Freunde. Ich klicke hier einfach mal alles an. Nö. Nö. Oh. Oh. Hä? Warte mal. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ah. Hey, meiner. Geht automatisch. Ich kann nichts machen. Hilfe, Freunde. Ich kann irgendwie nicht aufhören zu gehen. Oh. Warte mal. Ähm. Habt ihr das gesehen? Warte mal. War ich das? Ich hab das geschrieben. Lol. Ich kann hier einfach schreiben, Freunde. Abonniert. Lami. Oh. Let's go. Äh. Warum kann ich das denn schreiben? Moment mal. Ist das hier vielleicht der Teleporter? Ähm. Nö. Aber vielleicht gehen da jetzt Leute drauf und denken, das ist der Teleporter. So trollen wir die Leute hier. Haha. Oh Mann. Aber ich weiß immer noch nicht, wenn man hier rüberkommt. Moment mal. Müssen wir jetzt hier einfach mal die Stufe überspringen? Oh. Ähm. Das war nicht geplant, Freunde. Hm. Moment mal. Ist hier vielleicht irgendwo ein versteckter Knopf oder sowas? Hm. Hm. Ich weiß es nicht, Freunde. Wartet mal. Oh. Ja. Hä? Warte mal. Ich hab keine Ahnung, wo der Teleporter jetzt war. Aber ich hab's auf jeden Fall geschafft. Und das Mädchen ist sehr verwirrt. Ich glaube. Moment mal. Ich probier's einfach mal nochmal. Hab ich das richtig gemacht? Ich glaube, das war irgendwo hier. War das hier? Äh. Nein. Oh doch. Doch. Das war da. Irgendwo da. Ja, Mädchen. Wir haben es geschafft. Let's go. Okay. Wut aufgegeben. Nein, 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 nein. Die Lami-Army gibt niemals auf. Oh. Ähm. Okay. Das ist so ein unsichtbares Labyrinth, glaube ich. Ähm. Okay. Moment mal. Müssen wir vielleicht hier außen rum oder so? Hä? Wo ist die denn? Lol. Yeah, Mädchen. Jetzt hast du mir geholfen. Let's go. Okay. Ich wage es, das zu besiegen. Nein, nein. Wir besiegen jedes Level hier. Hm. Okay. Erst mal rechts. Ja. Lol. Okay. Jetzt. Oh. Äh. Ähm. Okay. Na gut, Freunde. Ich würde sagen, das erste war rechts. Dann ist das jetzt in der Mitte. Nicht. Na klar. Okay. Wir wissen auf jeden Fall, das erste haben wir richtig. So. Mädchen, jetzt bist du dran. Moment mal. Wie heißt sie überhaupt? Ich glaube, Naini. Sie heißt einfach Naini. Ja. Naini. Hast du gut gemacht. Oh. Da ist ein unsichtbares. Ja. Und es ist das Richtige. Let's go. Okay. Moment mal. Hier steht Flamingo. Moment mal. Das können wir auch umändern. Hier ein Abo. Ne. Warte mal. Das hatten wir schon. Daumen nach oben. Freunde. Ich hoffe mal, das habt ihr auch schon alle getan hier bei dem Video. Daumen nach oben gegeben. So. Lass uns etwas härteres versuchen. Ja. Das würde ich auch mal sagen. Äh. Okay. Hm. Vielleicht hier durch. Oh Gott. Oh Gott. Freunde. Ich glaube, wir müssen das Jump'n'Run hier gar nicht machen. Sondern müssen hier einfach nur durchgehen. So. Richtig. Und dann. Yeah. Easy. Alter. So weit ist es nicht. Ja. Würde ich auch mal sagen. Ich sehe hier so unsichtbare Blöcke. Das ist auch mega easy. Jetzt spielen wir. Ähm. So. So. Zack. 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 Okay. Hä? Was ist denn daran so schwer? Das wird ja immer einfacher. Hallo? Ähm. Okay. Ich komme hier nicht durch, Freunde. Doch. Nicht so einfach. Und hier sterben wir. Hä? Okay. Freunde. Irgendwas müssen wir hier übersehen haben. Wir gucken mal unter die Map. Lol. Hä? Warte mal. Wie ist er jetzt so durchgekommen? Oh. Ähm. War das. Warte mal. War das ein Knopf hier? Ich weiß es gerade nicht. Hier? Ja. Es war wirklich ein Knopf. Oh Mann. Okay. Ähm. Oh Gott, Freunde. Ich glaube, das wird jetzt richtig schwer. Alter. Wie lange geht denn bitte noch die Obby? Die hat bestimmt 50 Level oder so. Oder 100. Na gut. Wir. Oh. So. Wir probieren das Ganze einfach mal. Oh Gott. Nein. Hä? Wie soll ich das denn schaffen? Ich fall ja direkt runter. Warte. Vielleicht müssen wir so reinzoomen. Nee. Okay. Moment mal. Ich probiere es nochmal. Zack. Nee. Hä? Irgendwie funktioniert das nicht, Freunde. Übersehe ich wieder irgendwas? Äh. So. Moment mal. Und zack. Oh Gott. Schaffe ich das? Um die Ecke? Nein. Hä? Wie soll es denn bitte funktionieren, Freunde? Hä? Wie hat es jetzt nach oben geschafft? Moment mal. Oh Gott. Kann ich hier irgendwie nach oben? Nein. Komm schon. Irgendwie. Hä? Äh. Wie schaffen die das denn? Ah. Okay. Okay. Easy, Freunde. Hä? Okay. Wir haben es. Wir haben es geschafft. Let's go. Unmöglich. Ja. Das würde ich ja mal nicht sagen. Ich sehe da auf jeden Fall einen unsichtbaren Block. Ähm. Okay. Vielleicht die andere Seite? Moment mal. Nee. Hier ist aber kein Block. Nö. Hm. Kommen wir da überhaupt durch von der Seite? Nee. Oder? Ich weiß es nicht, Freunde. Äh. So. Hier lang? Vielleicht. Oh. Ja. Geschafft. Let's go. Okay. Freunde, wir sind auch schon bei Level 26. Wir haben es auf jeden Fall schon richtig weit geschafft. Geschafft. So. Hier müssen wir aufpassen. Und wir haben jetzt einen neuen Freund hier am Start. Den Ronaldo. Yeah. Oh. 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 Ja. Geschafft. Zieh. Oh. 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 So. Perfekt. Wenn wir schon mit Ronaldo am Start sind. Okay. Ich glaube, wir müssen hier drauf. Oh. Ja. Wirklich. Lol. Okay. Freunde. Hier müssen wir auch wieder aufpassen. Aber easy peasy. So, hier Zack Und geschafft Du kannst das zuerst versuchen Was denn? Moment mal Übersehe ich hier wieder irgendetwas? Ah, da oben So Hä? Ich bin doch dahingesprungen Oh Mann, ey So, okay Dann hierhin Oh Gott, dann hier Zack So, und wir schaffen das gemeinsam Yeah Ronaldo ist hier am Start Gehen, berühren, etwas Gras Hä? Was soll das heißen? Gehen, berühren, etwas Gras Okay Na gut, ich hab jetzt gar nicht aufgepasst Einfach nur Okay, warte, die ersten drei waren links, oder? Eins, zwei, drei Rechts, hier, hier Ähm, hier Hier, ja, ja Ja, nein Oh Mann, jetzt habe ich schon alles vergessen Oh, Moment mal Ronaldo Warum sieht er auf einmal so aus wie ein Nun? So, eins, zwei, drei Zack, zack, zack Zack, zack Nein, falsch Och Mann Okay Noch mal Eins, zwei, drei Dann hier Dann hier Dann hier Nein, doch nicht Och Mann Okay Danach doppelt links Eins, zwei, drei Oh, Mann, jetzt komme ich Jetzt komme ich gar nicht mehr mit Ich verliere hier immer mehr Gehirnzellen So, zack und zack Dann hier Dann, nein Oh, Mann, oh, das kann nicht wahr sein Eins, zwei, drei Hier, hier Oh, Mann, jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist nicht dein Ernst So, hier lang Dann doppelt links Dann rechts, rechts Links Links, links Ja, sehr gut Okay, Brille brauchen Ja, Deutsch auch So, ähm, hä Was müssen wir machen? Hallo? Äh, hier ist irgendein Feld, das sieht ein bisschen anders aus Oh, lol Lol, das war einfach ein Teleporter, okay, verstehe Easy Level, ja, das will ich mal hoffen So Ähm, Alter, nee, doch nicht Ich wusste es Hier kommt noch was Oh Gott, aber was denn? Was übersehen wir hier? Aha Aha Hey, der hat mich getrollt Oh, Mann, ey Hier gibt es so eine kleine Stufe So Und wir sind da Hochsprung Ähm Oh, warte mal Komm schon Können wir nicht höher springen? Habe ich hier irgendwas wieder übersehen? Ich übersehe die ganze Zeit irgendwelche Sachen Ah, lol Oh, Mann, ey Ronaldo, ey Nicht ernsthaft jetzt, oder? Ach, Mann Hätte ich jetzt nicht diesen Ronaldo hier Dann hätte ich doppelt so lange gebraucht Deswegen danke an dich, mein Freund Und ciao Naja Uh, grün Äh, okay Alter, das ist ja ein richtiger Profi hier Der zeigt mir Alles Moment mal, können wir hier nicht durch? Doch Wir können einfach da durch Lol Okay Ja Himmel Himmel Da oben Warte mal Da oben sind so Oh Lol Okay, okay, okay Freunde, ich verstehe Ui, oh Ja Und ich fall runter Sehr gut Hm Moment mal Wir müssen einmal Hier drauf Oder? Geht das? So Nein Nein Ach, Mann Oh, ich bin so schlecht manchmal So Und dann einmal hier Lang Ja Nein Doch Ja So Und dann Hier Äh, wie soll ich das denn schaffen, Freunde? Ich bin viel zu Oh, schlecht dafür, aber Komm schon Ja Ja Vulkan-Level Darauf habe ich schon mein Leben lang gewartet Aha Okay Warte mal Ne, hier können wir auch nicht drauf springen Hm Vielleicht Nein Ah, so Ja, okay Hier ist eine unsichtbare Leiter Okay, und da können wir nicht lang gehen Hier Hm Ich such mal nach unsichtbaren Dingen Die gibt es hier so oft, Freunde Und die übersieht man einfach viel zu oft So Hier lang Hier lang Ja Ist das richtig? Okay, warte Hier Dann Auf diesen Viereck Äh Geschafft Ja, wir haben es geschafft Let's go Lang Oh Okay Moment mal Was? Hä? Nein Jetzt niemals, oder? Wir müssen einfach den ganzen Weg So da lang laufen Das dauert ja Jahre Oh Mann Okay, Freunde Wir Oh, ähm Warte mal Wie hat er das gemacht? Hallo? Ronaldo 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 ist einfach viel zu schnell für mich Aha Okay, verstehe So, jetzt geht's weiter hier Und Oh nein Will er den richtigen Weg Und es sind so viele Wege hier Komm schon, Ronaldo Loll Das habe ich wieder übersehen Okay Sehr gut, Ronaldo Okay, das letzte suche ich aus Ja, versprochen Ähm Ist es das? Komm schon Nein Nein Ich dachte, das wär's Och Mann Ey So, auf jeden Fall Erstmal hier dazwischen Auf das rote Dann das blaue Und dann, ähm Auf das grüne Nein Och Mann Ey Na gut Freunde, jetzt schaffe ich das Alle guten Dinge sind drei Und deswegen Geh ich jetzt hier lang Nein Okay, Freunde Was ist es denn sonst? Hm Das ist jetzt komisch Moment mal Wir hatten das lila Das grüne Und das orangene Vielleicht rot Oh Ist es? Rot Nein Ich dachte, das wär's Och Mann Ey Oh Oh Ja Ronaldo Der Profi Hat den Weg gefunden Okay Du bist zu stark Ja, Freunde Wir sind alle zu stark Die Lamy Army Ist einfach Die stärkste Army Hä? Was soll ich hier machen? Hier lang? Okay Ähm Dann hier drauf Okay Woher wusste der das? Naja Gefällt dir das? Oder? Ja Gefällt mir total Okay Links und die Mitte Sind es auf jeden Fall nicht Es ist rechts Dann die Mitte Dann links Wow Wow Hä? Hat der irgendwie ein Cheatcode oder so? Oder warum weiß der jedes Level hier auswendig? Okay Stufe 41 Und hier sind irgendwie voll viele Leute auf einmal Okay Wo kommen die denn her? Anscheinend kommen die nicht so leicht hier weg So Ähm Da ist eine unsichtbare Wand Die sehe ich, Freunde Keine Sorge Dann einmal hier drauf Hier drauf Nein Hä? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich glaube nicht, oder? So hier lang Hier drüber Dann Zack Dann Hä? Was? Was soll ich denn da denn machen? Oh Mann ey So hier So Und dann hier Und Ähm Aha Verstehe Nein, ich verstehe es eigentlich nicht, Freunde Hier drüber Och Mann Jetzt Jetzt bin ich komplett schlecht, ey Jetzt müssen wir wieder nach hier Unten Nein Ja, aber wir müssen nach da unten Okay Dann weiß ich schon mal Bescheid, Freunde So hier Zack Ja Perfekt Sehr gut gemacht, Lamy Hier Oh Gott So Hier drauf Dann in die Mitte Dann Hier hin Let's go Let's go Und Ja Endlich Oh Mann Oh Mann Seltsame Killsteine So Einmal hier rüber Ähm Okay Hier können wir einfach rüberlaufen Verstehe Okay Hier müssen wir glaube ich aufpassen, Freunde So Oh Gott Hier lang Und dann Äh Was? Hä? Wie soll man das denn schaffen, Freunde? So Da Oh Gott Oh Gott Oh Gott, Freunde Jetzt werde ich immer schlechter Ich sag's euch Oh Nein Ach, Mano So Äh Ja So Nein Oder auch nicht So Jetzt aber Zack Dann hier lang Hier lang Seitwärts Warte, wir können nicht springen, oder? Oh Warte, doch Hä? Irgendwie checke ich das nicht, Freunde Ich werde hier wieder zu getrollt Zu sehr getrollt So, hier lang Und Ähm Da lang Ja Haha Coole Treppe Yeah Mega cool Moment mal Ich guck mal Wie lange Oh Alter Das sind auf jeden Fall noch Richtig viele Level Freunde Ich würde sagen Wir sind jetzt bei Stufe 42 Wir machen diese Stufe noch Fertig Wenn wir hier irgendwie rüber Kommen Kommen wir hier überhaupt drüber? Hallo? Äh Lol Müssen wir auch nach unten? Ne, okay Ich glaub Der ist einfach nur gestolpert Oder so Hm Oder? Warte mal Hier ist irgendwas Hier ist noch eine Treppe Nach unten Oh Mann ey Okay, Freunde Ich würde sagen Wir sind jetzt bei Stufe 43 Ich würde einfach mal sagen Freunde Wir machen noch bis Level 50 Und dann Wenn ihr wollt Dann gibt es noch einen zweiten Teil Wo wir die nächsten Level alle durchmachen Und es gibt hier auf jeden Fall noch einige Level Deswegen Wir könnten auf jeden Fall noch einen zweiten Teil machen Das hier ist ein Labyrinth Äh Ich hasse Labyrinth Oh Warte mal Hier sehe ich eine unsichtbare Wand Wir kommen da durch Ja Nein Nein Okay, aber Freunde Wir wissen jetzt auf jeden Fall Wo wir lang müssen Durch die unsichtbare Wand hier So Einmal hier durch Dann Hier durch So Oder Müssen wir hier durch? Ach, keine Ahnung, Freunde Ich glaube Wir müssen jetzt hier lang springen Ja Profi Wut Oder what Äh Keine Ahnung So Hier lang Hier lang Äh Was Doch nicht Warte mal Wo denn sonst Links vielleicht Aha Äh So Zack Nein Hä Was sollen wir hier machen, Freunde Jetzt habe ich keine Ahnung Vielleicht hier Hä Freunde, aber Äh Ich bin verwirrt Ich bin sehr verwirrt Vielleicht hier unten irgendwas Nö Oh Gott Hä Ich checke hier gar nichts, Freunde Ich habe hier nur Bahnhof momentan So Habe ich hier irgendwas Aha Ich wusste es Ich wusste Es Ach Mann Nicht dein Ernst So, müssen wir hier lang Äh Äh Jawohl Bitte rüber Muss man da irgendwie an die Seite springen Wartet mal, Freunde So Zack und Zack Äh Noch eins weiter Noch eins Nein Oh Gott Ich glaube Also das Viertletzte Oh Mann, Freunde Diese Obby Verwirrt mich so sehr Ich weiß selber gar nicht mehr Wo vorne und hinten ist So Das ist das Letzte Das heißt Irgendwo hier Müssen wir doch Aha Freunde Verstehe Verstehe Wir haben es geschafft Und wir kommen immer näher zu Level 50 Böses Lachen Okay Wir gucken mal Wo dieses Mädchen hier lang läuft Einmal rechts Dann Mitte Dann Hier Okay Das hat die irgendwie nicht geschafft Wo geht es weiter lang Ich glaube die ist schon ein kleiner Profi Mitte Äh Rechts Nein Das ist links Oh Gott Oh Gott Okay, Freunde Das habe ich verdient Weil ich kann nicht immer Von den anderen Die Äh Die Tipps annehmen So Äh Aber du kannst trotzdem gerne als erstes springen Ja Sehr gut gemacht Und nochmal Pinkes Mädchen Komm, du schaffst das Ich springe auf den letzten Sprung Und Okay, okay, Freunde Es ist auf jeden Fall nicht Äh Warte mal Ah Das ist ein Nicht dein Ernst Da war ein unsichtbarer Block Und der hat mich gezwollt Äh Warte mal Hä Was war nochmal das erste Rechts, oder Okay Rechts Zack Zack Dann hier lang Dann hier lang Dann War das hier Ja Okay Ähm Wo jetzt Freunde Ihr seht Da ist so ein kleiner Unsichtbarer Block Der ist es aber nicht Hier ist es Ja Perfekt Okay, jetzt musst du aber springen Ich bin jetzt auch vorgesprungen Du schaffst das So Ich lass dir gerne den Vortritt Ladies first Na gut Die braucht mir zu lange Dann Links Nein Es ist die Mitte Und jetzt holt die sich da einfach den Sieg Oder Warte mal Die bleibt stehen Oh Gott Oh Gott So Hier Zack Und zack Dann hier Und hier Und Ja Wir haben es geschafft Und die ist glaube ich Afk Oder so Berühre das Neonrote Nicht Ähm Okay Und was dürfen wir berühren Aha Aha Freunde Easy Oh Mann Ey Das kennen wir noch von den ersten Leveln Da So Zack Geschafft Hallo Seine Bla 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 Okay Irgendwie ist es ganz ganz schlecht Geschrieben Oh Was müssen wir machen Ah Okay Das ist komisch Warte Vielleicht Sehen wir irgendwas von oben Nö Von unten Auch nicht Äh Okay Wie gesagt Freunde Das hier ist Jetzt das Letzte Level Und Ich Ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Freunde Wir sind bei Level 50 angekommen Und Freunde Jetzt würde ich sagen Ihr seht ja Hier sind noch einige Level Die wir machen müssen Freunde Es geht noch bis da ganz hinten Ich glaube das sind noch weitere 50 Level Oder mindestens 20 oder 30 Und die machen wir dann im zweiten Teil Also falls ihr den sehen wollt Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da Und kommentiert auf jeden Fall Mit welchem YouTuber Ich diese Obby weitermachen soll Also ab Level 50 Mit dem YouTuber Wen ihr wollt Werde ich dann diese Obby weitermachen Das heißt Ich werde nicht nur alleine getrollt Sondern noch ein anderer YouTuber Wird mit mir zusammen getrollt Freunde Im heutigen Video Haben wir Verlasse nicht den Kreis In Roblox gespielt Und es ging auf jeden Fall Richtig Action ab Meteoriten sind auf uns gefallen Tornados haben uns aufgesaugt Und Zombies haben uns angegriffen Also ganz ganz viel Action Wie gesagt Deswegen Freunde Schaut das Video unbedingt bis zum Ende Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da Abonniert diesen Kanal Und aktiviert die Glocke Und jetzt Viel Spaß Mit dem Video Und damit geht es auch schon los Wir dürfen ab jetzt Diesen Kreis nicht mehr verlassen Und uns erwarten auf jeden Fall Ein paar Challenges Hier Oh Dreht sich direkt schon Hier so ein Kreise Und wir sind gar nicht alleine Wir sind erstmal noch mit der Lamy Army Und auch noch mit Mario Was geht ab Mayonnaise Was geht ab Okay Mario Wir beide haben die Challenge Wir dürfen den Kreis nicht verlassen Es hat sogar schon jemand den Kreis verlassen Und man bekommt außerhalb vom Kreis Schaden Oh pass auf die Wand Die Wand Die Wand So Okay sehr gut Ich bin gespannt Welche Challenges Uns alles so erwarten Okay Bis jetzt Kam eine Wand Und ein Kreisel Und Oh warte mal Drei Drei Raketen Moment mal Raketen Wo sind Raketen hier Ich weiß nicht Ja oh Gott Da kommen sie Oh mein Gott Wow Alter okay Es sind schon einige Leute gestorben Ja Nur noch 14 Leute leben Das ist gar nicht mehr so viel Mario Ja oh mein Gott Meteoriten Lol Okay wir müssen nach oben gucken So Freunde aufgepasst Oh man Oh nein Oh nein Oh nein Das geht hier auf jeden Fall richtig ab Moment mal Der Boden ist einfach so rutschig Was geht hier ab ey Ich weiß nicht Ich bin auf einmal für langsam oder so Okay okay Oh warte mal Wir müssen schnell nach oben Lol Schnell Mario nach oben Ich kann nicht Ich rutsche Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ah da unten Oh oh Da unten ist Wasser Ganz viel Wasser Aber ich hab's geschafft Hast du's geschafft Ja natürlich hab ich's geschafft Es sind noch 15 Leute am Leben Okay der Kreis schrumpft jetzt erstmal Wir gucken das an Ah ja wirklich Der wird immer kleiner Alter lol Wie klein ist der denn jetzt Okay wir sind immer noch richtig viele Leute Naja 15 Leute Das ist gar nicht mal so viel Aber ähm Okay Wir warten einfach mal ab Oh oh Warte mal Oh zwei Leute kämpfen da oben glaube ich Ah lol Okay die hat schon jemand umgeschnetzelt Emmy hat gewonnen Oh man Oh wir haben alle einen Burger bekommen Und der hat irgendwie nur einen Arm Und eine Ente ist hinter dem Äh Okay Oh 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 lol Okay Warte mal Lass dich von Carl Was Was stand da Ich hab jetzt gar nichts verstanden Hier Irgendwas mit Carl oder so Wer ist Carl Ähm Oh oh Eine Person wird zum Riesen Oh Gott Oh lol Okay Das Mädchen hier Emmy wird immer größer Ähm Und sie hat mehr Leben Okay Das ist voll unfair Ich will auch größer sein Und mehr Leben haben Oh Hä Was ist das Ich weiß nicht Ist auf jeden Fall so ein Kreisel Ja Lass mich nicht reinlaufen Jemand belüftet Ähm Lol Oh mein Gott Was ist passiert Ah hier sind so Vans Ja geh nicht da rein Geh nicht da rein Alter Mayo Hast du keinen Burger mehr Nein Hab ich schon gegessen Ey Mayo Oh Mann ey War ja klar Dass du den schon aufgegessen hast Oh pass auf Pass auf Kugeln Oh oh Piraten greifen uns an Oh wir sind Piraten Oh Gott oh Gott Oh oh Ich wurde getroffen auf jeden Fall Wir müssen nach oben Schnell 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 Und Also der Erste der oben ist Bekommt Äh Leben Und ich werde es auf jeden Fall Nicht mehr sein Warte mal Ich auch nicht Als Erster da oben an Ira glaube ich Ah Na gut Freunde Wie auch immer Oh wir müssen springen Oder Hä Ne wir springen automatisch Ach so Ja Okay Immer noch 14 Leute Bis jetzt Oh mein Gott In der letzten Zeit hier ist noch Niemand gestoppt Wow Pass auf Schlami Das war richtig knapp So Du musst aufpassen Mayo Du hast gar nicht mehr So viel Leben Ja Und ich hab Ich hab noch meinen Burger Hier am Start Den hab ich nicht aufgegessen Wie du Ey aber mein Leben Kommt zurück irgendwie Ja das stimmt Man regeneriert so ein bisschen Und der hat immer noch Nur einen Arm Wo ist sein Arm hin Oh Warte mal Hä Okay ich geh einfach mal da drauf Ähm Ähm Was bringt das Ich hab absolut Keine Ahnung Oh Lava steigt Okay Warte mal Soll ich hier drauf bleiben Oder nicht Ich weiß es nicht Bleib lieber mal drauf Oder Aber ja Ja ich bleib auch einfach mal drauf So der Kreis Schrumpft jetzt Oh 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 Nein Nein Ich bin gestorben Lami Ich bin gestorben Nein Oh Mann Oh okay Einmal kann man sich respawnen Aber das geht nur einmal Deswegen Freunde Wir machen das einfach mal So Wir respawnen uns Oh was Ich musste aber runterspringen Weil der Kreis Geschrumpft ist Na ja Okay Jetzt kommt wieder dieser Skal Hm Ein Mixer Okay Oh oh Lol Wie sollen wir das denn schaffen Okay okay Obwohl ja okay Der ist eigentlich ganz langsam Oh Hä Ganz ganz viele Leute sind aus Außerhalb von dem Kreis Ja das ist mega komisch irgendwie Ich bewege mich nicht Aber der bewegt sich alleine Ähm Hä Okay Vielleicht hat dich jemand gehackt Oder so Ja Das war so bestimmt Nein Da ist jemand gestorben Oh Mann Okay noch 8 Leute leben Und der Kreis Alter guckt euch das mal an Wie klein der Kreis einfach schon ist Okay Oh da ist ein Kaktus Und wir dürfen ihn nicht berühren Naja der ist ja noch nicht mal im Kreis Ich berühre ihn Ja mach mal Mario Glaubst du das ist eine gute Idee Ja bestimmt Der will mit dir kuscheln Ja sehr gut Oh Mann Okay Oh oh Eine Explosionsmide Oh nicht da drauf treten Oder Traust du dich Mario Äh Leid Leid Ich wollte nicht Ich wurde drauf geschubst Ich wurde drauf geschubst Oh Mann ey Oh Mann Oh Gott Oh Gott Wie gesagt Einmal kann man sich respawnen Das heißt Ja genau Hast du denn genug Robux Äh ja habe ich Sehr gut Sehr gut Okay Okay So da ist der Mario Wieder am Start Hier Okay Irgendeiner Hat jetzt Speed bekommen Ich habe Speed Oh ja was wirklich Ja Schau Lol Okay sehr gut Okay dann laufe aber nicht aus dem Kreis raus Nein ich kann noch deaktivieren Was der Kreis wird noch kleiner Alter Oh Mann ein Lootrop Okay Lol Der sieht aus wie der von Fortnite Hä 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 Lol Was ist passiert Lol Wir durften nicht in die Mitte gehen Moment mal Das heißt Der hat gewonnen Der Apfel da hat einfach gewonnen Oh Mann Oh Gott Okay Freunde Okay Freunde Wir spielen aber auf jeden Fall noch eine Runde Ich möchte auf jeden Fall gewinnen Und Mario jetzt sitzen wir gleich im Finale Okay Okay definitiv Ich werde dich besiegen Ja da bin ich mal gespannt Oh Moment mal Lol Hier ist einfach so ein Pinguin Der sieht ja mal richtig lustig aus Naja Diesmal ist auf jeden Fall der Kreis auch viel viel größer Und wir haben viel mehr Leute hier Also es leben noch 27 Und Oh Eine Oh oh Okay die Schneebälle kommen wieder Ich gehe einfach mal hier hinter diese Wand Ich glaube das ist mega schlau oder Ich glaube Jaja das sieht schlau aus Ja das sieht mega schlau aus So wir verstecken uns hier einfach Ja siehst du Hier hinten kann uns wirklich nichts passieren Und warte mal Da ist dieser Pinguin Ich möchte einmal seinen Kopf sehen Hä Was passiert da Hier ist gerade ein Tisch weggeflogen oder so Ja das habe ich auch gesehen Hm Oh Okay jetzt springen wir wieder alle So Mayonnaise Lol Der bleibt einfach auf dem Boden stehen Der möchte einfach nicht springen ey Beispieler duellieren sich Okay da oben ist wieder ein Kampf Ah okay 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 und lol Okay Das Mädchen hat schon wieder gewonnen Okay immer gewinnen die Mädchen hier Hm Das heißt die Mädchen sind Oh Oh Hä Lol Hast du es gesehen Ja Der Typ in der Mitte Aber der ist jetzt glaube ich runtergeflogen Ja Nein da ist jemand außerhalb vom Kreis Oh nein Na gut Oh man Warte mal jemand hat eine Laserpistole Oh nein ich werde angeschossen Oh 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 Lol Das ist wie bei Evade Bei Roblox Evade Kennst du das Nein Nein Oh man ey Was bist du denn für ein Noob Ach doch warte du hast ein Video davon gemacht Ja genau Ich habe auch davon ein Video gemacht So und zwar rennen uns hier diese Bilder Hinterher Was ist das für ein Typ auf dem Bild Und jetzt sind auch noch Zombies Das ist Lami in echt Leute Äh ja genau Freunde So sehe ich in echt aus Äh nicht Naja Okay Eine zufällige Person Verwandelt sich in einen Riesen Okay Wer ist es Wer verwandelt sich gerade Ich weiß nicht Ah da Dieser Bacon Lol Guck mal wie groß er ist Oh man Der sieht echt irgendwie komisch aus Der hat so kleine Ärmchen Und so einen ganz ganz komischen Kopf Okay Tentakel Warte mal Willst du den Loot Drop aufmachen Der kommt Oh ja Lol Moment mal Hier ist so eine Riesententakel Und da ist ein Loot Drop Okay Was geht hier eigentlich noch in diesem Spiel ab ey So Oh oh Das habe ich nicht gesehen Oh Oh lol Der kommt wieder zurück Ja und nochmal Oh man Okay nochmal Oh ich wollte raus Ich bin raus Ne ne okay Ich lebe noch Alles gut Jo Moment mal Da hat ein Spieler einfach So eine Pistole mit man Mit der man die anderen Spieler so wegpusten kann Also so ein Föhn weißt du Ah deshalb bin ich gerade voll weit weg geflogen Ja das kann sein Okay jetzt kommt ein Ventilator Wir gehen mal in die Mitte So Alles gut Springen Oh Gott Oh oh Da ist jemand außerhalb vom Kreis Na los komm rein Oh man oh man So und Das wieder Da sind zwei Leute oben Okay 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 Wer wird von den zwei Leuten gewinnen Ähm Hä Die wollen sich nicht bekämpfen oder Okay Okay Wenn sie sich nicht bekämpfen Dann überleben beide Ja kann sein Na ja wie auch immer Wenn wir zwei da hinkommen nach oben Dann kämpfen wir Okay Mario Okay okay Auf jeden Fall Oh was ist das Laser Ich weiß nicht Ja irgendwelche Strahlen oder so Okay vielleicht waren es auch Aliens Lol was passiert jetzt Lava fliegt aus dem Vulkan da hinten Oh ein Vulkan Oh oh Nein nein ich wurde einmal getroffen Oh oh Nicht gut Ich noch nicht Oh Gott oh Gott Okay ich glaube wenn man hier außen steht Dann passiert einem nichts Oder Oh 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 Ich bin hinter dir Mario Du bist mein Schutzschild Okay Ey Okay Aber ich habe bisher noch kein Leben verloren Äh ja jetzt habe ich wieder auch wieder volles Leben Und hier ist wieder der Pinguin Moment mal Bleib stehen Mr. Pinguin Oh Gott oh Gott Ich will einmal seinen Kopf sehen Oh oh Jetzt kommt der Kreisel wieder So Okay jetzt können wir den angucken Yeah Pinguin Was geht ab ey Den kenne ich von den ganzen Memes Kennst du den auch Mario Ja ja Der sieht richtig lustig aus Ich will auch den Pinguin Kopf haben Okay Ich bastel den Pinguin Kopf Oh vielen Dank Oh warte mal Bälle Was ist das Okay Bälle Hm Dann spielen wir jetzt wohl Volleyball Let's go Ja Okay Irgendwas verwandelt sich jetzt hier Oh oh Herr lol Man bewegt sich irgendwie automatisch Ja Äh Und jetzt kommt noch ein Tornado Null Oh man Tornado Okay So langsam erinnert mich das Spiel an Naturkatastrophen Nein Mr. Pinguin Nein Der Pinguin ist weg Nein Oh Gott Das Mädchen jetzt auch noch Oh man Oh nein Oh nein Freunde Oh nein Der Pinguin Der lebt noch Yeah Mr. Pinguin Mein bester Freund Oh Oh ich bin Level 2 Okay Ja ich bin auch gerade Level 2 geworden Let's go Okay Hier ist ein Vent Ja pass auf Geh da nicht rein Sonst bist du außerhalb teleportiert Oh ja Das wird so ein sehr sehr sass Yeah Jeder der ventet ist ein Imposter Stimmt das stimmt Und ich hab vorhin gewendet Das heißt ich bin ein Imposter gewesen Ja Mario ist sass Freunde Ihr wisst es Oh wir müssen ganz nach oben Ganz schnell Schnell So Oh Gott Nein ich komm nicht nach oben So jetzt aber Komm komm du schaffst es Okay sehr gut Zack Zack Oh Gott Ich bin fast runtergefallen Oh Mann Oh Mann ich hab mich angestellt Wie so ein kleiner Noob So und wie groß ist die denn jetzt hier Lol Oh Mann Die mit dem Emily T-Shirt ist einfach mal richtig groß Stimmt Okay Der mega den riesen Kopf Ich glaub die ist auch sass Okay der Kreis wird wieder kleiner Und wir sind noch 19 Leute Ich bin mal gespannt Oh ich bin geschrumpft Lol Hallo Hey Mario du Zwerg Na du kleiner Ich bin größer als du Schau Ja ja Träume weiter So Wer hat den Thermostat ausgeschaltet Okay jetzt wird es richtig kalt Und wir rutschen hier einfach hier rum Und der Pinguin Der fühlt sich jetzt hier richtig wohl Das ist sein Gebiet hier im Nordpol Oh Gott Ich wurde fast rausgeschubst Hä Was ist passiert Ich weiß es nicht Der Kreis schrumpft jetzt glaube ich Schon wieder Lol Okay Hey Komm in den Kreis rein So okay Irgendeine random Person Wird wieder einen großen Kopf bekommen Oh da Dieser Noobskin Oh Mann ey Die heißt Slender 1,2,3 Betty Okay Ich bin auch einen großen Kopf Ich stell mich auf den großen Kopf drauf Okay Irgendwer bekommt jetzt einen Ein Tisch Ja hier Er hat einen Tisch Oh Oh Er hat mich getroffen Nein Nein Ich komm nicht raus Oh Gott Oh mein Gott Der hat mich einfach mit dem Tisch abgeworfen ey Pass auf Tornado Oh 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 Pinguin Jetzt bitte nicht wieder der Pinguin Pinguin wo bist du Er ist hier Er ist hier Ich stehe auf dem Pinguin drauf Okay sehr gut Der Pinguin Der muss auf jeden Fall überleben So Oh oh Da sind ein paar Leute im Tornado drin Aber die haben alle überlebt Und der Kreis wird schon wieder kleiner Obwohl wir noch 19 Leute sind Okay So wir gehen mal hier drauf Ich glaube jetzt kommt wieder die Lava oder Kann das sein Genau Ich glaube auch Aber diesmal nicht sterben Lami Nein nein Keine Sorge So Der Boden ist Lava Und Oh oh Da sterben die ersten Oh nein Der Pinguin Nein Der Pinguin ist tot Ich bin auch tot Was Jetzt wirklich Ja Ich habe ein bisschen rumgesprungen Ich bin runtergefahren Oh man Mario Bist du ein Nubel Naja du kannst mir Obwohl Du kannst dich doch wieder beleben Oder Oh ich bin außerhalb revived worden Oh oh Okay komm schnell rein Oh da Da wenden ein paar Und Ich bin auf dem Venture Spawn Das ist da draußen Achso okay Der Venture war wahrscheinlich in der Mitte Mhm So Wir sind jetzt nur noch neun Leute Okay wir haben zehn Leute Ganz schnell verloren Das ging mega schnell Okay läuft Hier ist einfach ein Schutzschild Für eine Minute Hey unfair Hä ich will auch ein Schutzschild haben Ich stelle mich einfach Oh oh schon wieder der Vulkan Pass auf Mario Oh oh Diesmal ist der Kreis ein bisschen kleiner Ja Ja ein bisschen Der ist viel kleiner geworden So Pass auf Der Vulkan spuckt hier ganz viel Mayonnaise rum Hey das ist Ketchup Das ist keine Mayonnaise Ja stimmt Oh It's raining Tacos Lol Davon gibt's noch ein Song Ja It's raining Tacos Oh Oh man Lol Wer ist das denn jetzt Schon wieder diese Evades Oh oh Bereite dich auf das Loch in der Wand vor Okay jetzt kommen ganz ganz viele Sachen auf einmal Tacos Und die Wand Und Evades Lol Und jetzt immer noch das Schutzschild Oh 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 man Oh 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 Ich muss mich Oh Irgendwer hat ein Schwert Oh Gott Hä Warte mal Hier im Kreis hat jemand ein Schwert Ja Okay Oh Gott Äh Lol Man bewegt sich wieder automatisch hin und her Ich hab auf jeden Fall noch einen Burger Und du Nein Nein Oh man Willst du meinen Burger haben Ja Willkommst du aber nicht Hey das ist fies Außer du lässt einen Daumen nach oben auf diesem Video da Okay ich lass einen Daumen nach oben und ein Abo auf dem Kanal da Sehr gut Freunde ihr müsst auf jeden Fall auch diesen Kanal abonnieren Denn bald haben wir vielleicht die 10.000 Abos auf diesem Kanal Das wäre richtig cool Okay irgendeiner bekommt jetzt eine Speedcoil Ja ich bekomme natürlich wieder gar nichts Ich hab auch diesmal nichts bekommen Oh oh eine Zombiehorde kommt jetzt Oh oh pass auf Mario Drei Zombies sind da Die wollen dein Gehirn essen aber bei der finden die glaube ich sowieso nichts Das heißt äh Was soll das denn heißen hier Oh Ufos Aliens Aliens Ah Oh Gott Nein Oh nein 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 Ich bin fast tot Ich bin fast tot Oh 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 Gott Ich glaub Hä lol Ich hab Ich hab nen Tisch bekommen Jetzt hab ich endlich mal was bekommen hier Und äh Kann ich den Tisch werfen Nimm Das Äh Yeah Leute Ich hab die Zombies weggeworfen Hast du das gesehen Ja Nein Und ich hab noch Emily weggeworfen Das Mädchen mit dem Emily T-Shirt Oh 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 man Nicht gut Äh Tut mir mega leid Ich wollte dich nicht mit dem Tisch abwerfen Aber da ist sie wieder Äh Er ist nicht wieder da Yeah Zum Glück Lol Hä Kissenschlacht Ich bin gerade geflogen Kissenschlacht Yeah Oh ich fliege Lol ich auch Moment mal Oh warte mal Ähm Wer traut sich den Knopf zu drücken Ich auf jeden Fall nicht Okay jemand hat den Knopf gedrückt Oh oh Heiße Kartoffel Heiße Kartoffelbombe Nein Ich hab sie schon weggegeben Nein 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 Verschwinde von mir Oh oh Der Noob Party Lami rennen Und jetzt hat der Noob die wieder Oh Gott Nein 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 Was passiert hier Oh oh Ich will die Kartoffel auf jeden Fall nicht haben Oh jetzt kommt noch Schneebälle Alter was passiert hier alles Autsch Oh Gott oh Gott Oh nein Oh oh Nein Mario du hast die Nein ich geb die weiter Oh man der Noob hat die jetzt Yeah Oh man Der ist gestorben Oh Gott das war richtig knapp Ey Mario du Verräter Ich wollte diese nicht geben Ja alles klar Loll Loll Oh oh Warte mal Nein schnell rein Kissen Alter richtig viele Kissen Oh Gott oh Gott Richtig viele sind wieder weg hier Nur noch vier Leute Autsch Oh oh Kissen Na los Hau den Noob hier raus Oh nein Nein ich bin raus Ich bin raus Nein Mario Ich hab's geschafft Oh Gott Ich hab auf jeden Fall noch einen Burger Okay Emily du und der Noob hier Warum ist der Noob immer noch so groß Meteorit Ja Oh Gott Okay von oben Wir müssen jetzt aufpassen Der Kreis ist richtig klein Ähm Okay jetzt müssen wir irgendwie aus dem Weg Lol Die Tentakel ist wieder da am Start Okay Irgendeiner von uns bekommt jetzt eine Lasergun Oh Emily hat die Lasergun Na los Schieß auf den Noob Yeah Die schießt auf den Noob Let's go Yeah Ich glaub nicht so spaßlos für mich Oh Mann Oh Gott Okay drei Raketen kommen jetzt wieder Alter jetzt kommt richtig Action hier Oh 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 Lol Emily ist glaube ich explodiert oder Ja Oh nein Okay hier ist wieder der Vent Okay Lami Wir müssen irgendeine Möglichkeit finden den Noob raus zu kicken Auf jeden Fall Du sagst es Okay jetzt kommen wieder Meteoriten Wir müssen jetzt im Team arbeiten Ich hab doch gesagt Wir beide werden jetzt hier im Finale stehen Ja Also gleich machen wir den Noob raus Und dann sind wir auf jeden Fall im Finale Auf jeden Fall Das kannst du laut sagen Nein Nein Ich bin gewendet Oh 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 Mann So okay Aber man regeneriert ja wieder Leben Und ich hab noch einen Burger Das Spiel wird in Sass Ah okay wieder diese Vents Oh Mann Sass So Sass Warte mal Hast du gerade Sass gesagt? Ich hab einen Riesenhamburger bekommen Ich auch Und lass uns darauf anstoßen Und Yeah Lecker Okay Ein Versorgungsabfall vom Himmel Ah ein Loot Drop Okay Willst du den nehmen? Naja der ist viel zu weit weg vom Kreis Drei Raketen kommen jetzt wieder Pass auf Okay Oh die sind komplett weit weg von uns Ja Okay komisch Na gut der Der Kreis ist glaube ich wieder kleiner geworden So Da ist wieder so ein So ein Kreisel Ja Und jetzt kommt wieder Karl Hä wer ist Karl? Ah da ist Karl Lol Den hab ich vorhin gar nicht gesehen Okay okay Oh 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 Nimm den Noob Tornado Pass auf Nein Oh Gott Nein Nimm Karl mit Nein ich bin im Tornado drin Nein Nein Hilfe 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 Nein geh weg geh weg Oh Karl greift dich auch noch an Nein ich muss den Burger essen Nein ich bin gestorben Ich bin einfach gestorben Aber Nein ich bin der Letzte Ich kann mich auch nicht reviven Oh nein Ich glaube ich bin der Letzte Okay ich fliege gerade mit Oh oh mein Gott Okay 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 Du musst es auf jeden Fall schaffen Mario Wir glauben an dich Und wenn du das ganze gewinnst Dann bekommst du auch ein paar Bowbugs Oh ich will unbedingt Bowbugs haben Yeah na los Okay okay wie sieht es gerade bei dir aus Oh oh ein Kampf Und du musst gewinnen Nein ich habe es nicht geschafft Nein der Noob hat gewonnen Ja er hat gewonnen Was oh Mann Nein das heißt du bekommst keine Bowbugs Oh Mann ich wollte unbedingt Bowbugs haben Freunde im heutigen Video haben wir eine Roblox-Obby gespielt wo man nicht springen konnte und am Anfang war die Obby auch noch richtig leicht also wirklich ein Baby vor zwar das aber ich sag mal so ab der Stufe 80 oder sowas war es richtig richtig schwer und ich bin so ausgerastet Freunde deswegen schaut das Video aus. Und unbedingt bis zum Ende Lasst dem Video einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke damit wir endlich die 10.000 Abos knacken und jetzt viel Spaß mit diesem Video Und damit würde ich auch schon sagen Freunde geht es los mit der Obby wo man nicht springen darf Freunde ihr seht es ich kann einfach nicht springen ich kann es versuchen Ich kann nicht mal hier runter springen Freunde also es geht wirklich nicht wir können hier nicht in der ganzen Obby springen und ich glaube das ganze wird auf jeden Fall noch sehr sehr tricky Okay so hier müssen wir einmal drüber klettern und hier fängt schon an Freunde durch diese Lücken dürfen wir ja nicht durchfallen und ich glaube hier müssen wir Ah ja okay wir müssen dieses Ding hier schieben aber ähm ich glaube ah okay okay ich dachte schon ich habe es kaputt gemacht sondern hier über die Treppe und dann über die Leiter So Freunde ich glaube ihr versteht das ganze Prinzip wir können in der ganzen Obby nicht springen und ihr seht Freunde diese Obby geht auf jeden Fall ziemlich ziemlich lang und ich bin mal gespannt wie weit wir es schaffen hier diese Obby zu meistern Ich glaube bei den nächsten Stages wird es auf jeden Fall richtig richtig schwer sein Okay Freunde wir sind hier auf jeden Fall wieder mit der ganzen Lamy Army am Start und Freunde falls ihr auch mal in solchen Videos dabei sein wollt dann kommt gerne auf den Discord Server Freunde ihr kennt das ganze denn dort kriegt ihr dann immer den Link Oh okay Freunde das ist so eine Plattform wo ähm wo wir springen können okay Moment mal die schiebt uns hier so nach oben also Freunde ihr seht wir springen hier immer noch nicht niemand springt hier Hier kann man gar nicht springen in diesem Spiel aber ich glaube mit dem ein oder anderen Trampolin ja können wir schon in die Luft geschossen werden Oh okay Freunde ich glaube hier wird schon langsam ein bisschen schwieriger mit dem ganzen Durchschlängeln hast du gerade geschummelt? Moment mal wie heißt du? Ich bin... Moment mal... Hä? Die cheatet einfach die kauft sich glaube ich einfach überall durch ey Oh Mann oh Mann Freunde ihr wisst ja ich gebe auch immer ganz ganz viele Robux aus in den Lamy Gaming Videos Und Freunde ich würde sagen oh Moment mal hier gibt es auch einen Shop den will ich auch mal ganz kurz abchecken So okay Checkpoint Nummer 19 schon Alter das ging ja mal richtig schnell Okay wir checken erstmal den Shop ab was gibt es hier? Alter überspringen kostet 35 Robux und die gibt da einfach die ganze Zeit 35 Robux aus Was ist denn los mit dir? Oh Mann ey na gut okay wir gehen einfach mal weiter warte mal was gab es jetzt überhaupt? Hm Serversprung bla oh warte mal lol Gib jedem auf dem Server die Möglichkeit für 8 Sekunden zu springen für 800 Robux Nein Freunde wir werden heute oh Alter auf gar keinen Fall springen außer mit diesem ganzen Trampolin Okay das ist Eis sei vorsichtig okay easy peasy Freunde so oh okay 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 Diese Lava wird dich langsam töten Autsch okay Freunde ihr seht da oben rechts ich verliere Leben aber auch kein Problem Oh okay Freunde ich glaube so langsam wird es doch zu dem Problem Oh weia das ist ein Förderwand Ah okay 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 hier müssen wir einfach mal geradeaus laufen So mal gucken wie es da hinten aussieht Okay wir sehen die Orbi Alter wie lang geht die da sind doch locker über 500 Stages oder so Naja okay hier wird es schon ziemlich tricky Freunde Aber das schaffen wir easy peasy ohne Probleme Moment mal wo sind jetzt eigentlich wieder die ganzen Jungs hin Ich bin hier wieder nein schon wieder verpasst So mit den ganzen Mädels hier Aber irgendwie sehe ich nie in meinen Servern die Jungs Oh Jungs wo seid ihr wo ist die Jungs Power Oh da ist die Jungs Power yeah let's go So hier müssen wir einmal auf die Seite nicht so wieder eine Oh dort die machen das genauso wie der eine Oh Mann hä Moment mal so und oh jawoll Voll auch easy kein Problem für uns Yeah okay So ihr seht schon Freunde Ab Stufe 30 wird sie auf jeden Fall ein bisschen schwieriger Aber Freunde ich glaube hier wird auf jeden Fall nicht zu schwer für die Lamy Army sein So ich bin mal gespannt Es gibt bestimmt noch eine sehr sehr harte Challenge hier Aber wir werden alles natürlich meistern Äh was ist das hier Oh Alter lol das war cool Okay das will ich irgendwie nochmal machen Kann ich zurück gehen Yeah Nochmal Yeah Alter wie cool war das denn Okay was müssen wir hier machen Einmal nach unten Hä Okay So langsam Und dann wieder nach oben Oh wir gehen direkt hier drauf So und rüber So perfekt Glückwunsch dass du es auf die gelbe Schwierigkeit geschafft hast Es wird empfohlen dass du anfängst den Schalter zu verwenden und zu bekommen Äh was das ergibt irgendwie keinen Sinn Aber naja Freunde ich glaube ab jetzt wird es viel viel schwieriger Ja wie wir hier sehen Oh Gott langsam Lamy So ich werde hier von den ganzen Mädchen überholt ey Das sind ja richtige Profis hier am Start So oh ja du warst glaube ich kein Profi So einmal rüber Und ähm Was Hä was müssen wir machen Stelle dich Der Leiter Hä Was Achso Aha Okay Ah Freunde ich glaube das wird ein bisschen schwierig hier So aber Kein Problem für uns Und Ja Tja du kommst dann nicht hoch Lamy Ja das bin ich So Freunde Let's go Oh oh Nein Hä Hä Ich dachte man stirbt wenn man das Ding hier berührt Naja wie auch immer Oh Alter Lol Nein das Ding hat mich voll erschrocken Oh Manu Jetzt bin ich automatisch weggezogen Ah Nein Oh Gott So Zack und zack Ach wir berühren das einfach mal So Nicht berühren Einmal Hier rüber Oh Alter war das knapp So Jetzt einmal Zu der nächsten Etage hier Und Einmal hier hin Und wir sollten es Oh Geschafft haben Let's Go Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott So Stufe 42 Ich würde mal sagen Freunde Wir schaffen es in diesem Video auf jeden Fall Bis zu Stufe 100 Deswegen Bleibt auf jeden Fall Alle dran hier Und Freunde Vielleicht ist euch ja auch aufgefallen Dass meine Stimme ein bisschen anders ist Vielleicht Ich weiß es nicht Das liegt daran Dass meine Nase ein bisschen zu ist Ihr wisst ja Freunde Jetzt wird es wieder langsam kälter hier Und ähm Also An alle die auch krank sind Gute Besserung an euch So Einmal hier nach oben Aber Freunde Auch wenn ihr krank seid Die Lamy Army ist stark genug Wir werden alles aushalten So Stufe 44 Alter das sieht ja mal abgefahren aus So einmal hier durch Dann Hä Hä lol Bin ich gestorben Wie das denn So Hier durch Und Zack Perfekt Ich glaube Freunde Da vorne ist auch schon die rote Schwierigkeit Es wird gleich auf jeden Fall nochmal Viel viel schwieriger sein So einmal Hier rüber Alter das ist ja schon irgendwie Mega cool gemacht Oh wie das hier aussieht So Stufe 46 Und Oh Schon Stufe 47 Oh oh So Und Oh yeah Let's go So einmal hier Dann so Dann so Dann so Okay Und wir sind jetzt bei Stufe Hä Wie soll man das denn schaffen Ähm Moment mal Und Oh Ja Nein Nein Oh Manu Ich hab's doch eigentlich geschafft So Und Ja Perfekt Stufe 50 Wir sind jetzt hier bei der Hälfte angekommen Freunde So und jetzt wird's glaube ich Richtig Schwer So Ich mag solche Challenges eigentlich gar nicht hier bei den Obbys Wo man so langsam Oh hin und her Gehen muss Lol Alter was geht denn jetzt hier ab Oh nein Oh nein Oh nein So Okay easy Freunde Ich versuche jetzt einfach mal Gar nicht mehr zu sterben So Das sieht irgendwie aus wie Ähm Äh Ja Nein Nein Ach Manu Ich bin weggerutscht Wegen Ja Genau dem hier Aber Wir haben den Checkpoint trotzdem bekommen So Einmal hier rüber Hä Hä Warte mal Hier rüber Und So Hä Das gleiche hab ich doch gerade auch gemacht Oh Manu Oh Oh nein Okay Freunde Ihr seht schon Jetzt wird's auf jeden Fall Viel viel schwieriger So Hier rüber Und Perfekt Let's go Wer ist hinter mir Da vorne ist ein Mädchen Da vorne ist ein Junge Und der ist jetzt runtergefallen Oh Mann Was ist nur mit der Lamy Army los Oh Alter was geht hier ab So Da sind Bälle Alter das sieht ja mal lustig aus Au Okay okay Das ist doch nicht so lustig So Hier rüber Und Tot Tod Hier durch Hier durch Dann Hä Wie soll man das denn jetzt schaffen Freunde Das ist doch unmöglich Oder Hier Warte mal Hä Wann hat der Junge mich denn überholt Was geht denn jetzt ab So Okay Perfekt Stufe 60 Wir sind bald bei Stufe 100 Aber ich muss auf jeden Fall noch die anderen überholen So Langsam hier nach oben Hey Ich hab gar nicht gesehen Dass der Junge mich überholt hat Den muss ich jetzt erstmal zurück überholen So Perfekt Oh Was steht da Ähm Benutze den Schieber Bla 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 Ach keine Ahnung So Und es geht Oh Lol Alter Okay Perfektes Timing Freunde Und jetzt sind wir auf jeden Fall bei rot angekommen Ich glaub das war orange Und jetzt sind wir bei rot Und ich glaube hier wird's langsam richtig schwer Jo Warte mal Was passiert mit dieser Leiter Und Oh Sehr gut Freunde Dann einmal hier durchschlängeln Ja das ist easy Freunde Gar kein Problem für uns So Ähm Ja Ich nehm alles zurück Freunde So Aber Oh Mann Wie bin ich da jetzt gestorben Ich noob So Aber ich hab eigentlich gedacht Freunde Dass die Lamy Army Viel besser mithalten kann Aber es können ja eigentlich nur die zwei mithalten Wo sind eigentlich Der Rest der Lamy Army Oder ganz hinten Hab ich jemanden gesehen Hm Ja bei gelb hängen die noch fest Oh wei oh wei Okay Freunde Ich hab auf jeden Fall ein bisschen mehr erwartet Freunde So Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben Ob ihr auch Gut In Obis seid Und nicht so wie ich Ja Oh Mann Na ja Aber ich glaube Das ist eigentlich Die perfekte Übung Gut in Obis zu werden So einmal hier hoch Was ist das denn hier für ein Karussell Müssen wir noch da oben Ich weiß es nicht Freunde Ah ne Wir müssen Hier durch So Oh wei oh wei ich eigentlich erw mobile So Wie soll ich denn hier hochklettern Hä? Wie soll ich denn hier hochklettern? Das geht gar nicht. Oh Mann, ey. Die Obby will mich trollen. So, jetzt. Jetzt, oder? Ja, wirklich. Okay. Und jetzt müssen wir auf die andere Seite gehen. Vorsichtig, Freunde. So, hier seitlich. Und jetzt bloß nicht sterben, Freunde. Zack. Und so. Wir sind angekommen. Oh, okay. Noch eine Runde und dann können wir weiterspringen. Und let's. Go! Yeah! Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Okay, das geht richtig schnell. Wir müssen einfach ganz schnell geradeaus laufen. Nein! Oh Gott, oh Gott, Freunde. Aber das ist richtig gut gemacht hier. Und nein! Oh Mann, du kommst schon! So, und ja! Let's go, Alter. Was ist das denn hier für ein Heuhaufen? Suche die Nadel im Heuhaufen, oder was? So, geht durch. Alter. Was? Was? Wie soll man da denn durchfinden? Da gibt's doch gar keinen richtigen Weg, ey. Och, Mann, oh. Okay. Okay, mittlerweile ist der andere Junge auch schon hier. Na gut, dann wird's jetzt wohl ein Battle gegen diesen Jungen. Das andere Mädchen hängt da immer noch da hinten fest. Okay, so. Ich versuch hier mal langsam den richtigen Weg zu finden. Hä? Leute, wo kommst du denn auf einmal her? Hey, der hat sich frei gekauft hier, der Schummler. Oh Mann, das ist der A-Ray-TV hier am Start. Na gut, Freunde. Dann machen wir ein Battle gegen die zwei Jungs hier. Und der ist direkt runtergefallen. War ja klar. Oh Mann. So, okay, Freunde. Ich glaube, oh, das sieht eigentlich richtig hier aus. Oder? Komm schon. Oh Mann, das war wirklich hier schwer durchzukommen. Aber wir haben es endlich geschafft. und, oh, es haben sogar mittlerweile noch andere geschafft, bis hier hinzukommen. Ja, wow. Es geht ja gut weiter. Okay, wir sind jetzt mittlerweile schon bei Stufe Nummer 70. Oh, okay. Dürfen wir das berühren? Ja, wirklich. Okay, sehr gut. Dann ist es ja mal mega easy, wollte ich gerade sagen. Nein! Oh Mann, okay. Konzentration, Nami. So, einmal hier. So, okay, Freunde. Ich glaube, jetzt habe ich den Dreh raus. Hier, zack. Und dann einmal hier. Sehr gut. Gut, okay. So, dann einmal hier durch. Das ist, glaube ich, auch mega easy, Freunde. Bei diesen Lücken müssen wir jetzt immer so reinzoomen, damit wir überhaupt da durchkommen. Weil, wenn wir das nicht machen, Freunde, dann sterben wir, glaube ich. Oder? Ja, oder auch nicht, Freunde. Ich nehme alles zurück. So, und dann einmal hier durch. Sehr gut. Hä? Die teleportiert sich die ganze Zeit. Moment mal. Die wird einfach so im Namen-Tag reich stehen, weil die sich die ganze Zeit hier durchkauft. Hä? Ach so. Lol. Wir müssen das Ding einfach schieben. Okay, verstehe. Na gut. Oh, Mann, oh Mann. Das kann ja mal was werden. So, einmal hier. Zack. Dann einmal hier hin. Und hier hin. Nein! Oh, Mann, oh. Und jetzt komme ich selber nicht mehr weiter. Oh Gott, oh Gott. Warte, können wir das Ding nicht einfach hier mal... Ach, nee! Ach, Mann, oh. Das ist ja mal mega schwer hier. Oh, da muss man wirklich ganz, ganz viel Geduld haben. Okay. So. Jetzt langsam, Lamy. Jetzt schaffst du das. So. Zack. Und dann hier rüber. So. Sehr gut. Und dann einmal hier nur noch geradeaus. Und dort in die Lücke rein. Ja! Wir haben es geschafft! Oh, Mann, die warten schon auf mich. Ey, Freunde, ihr müsst doch nicht auf mich warten. Ich hole euch doch so oder so ein. Und die kauft sich einfach mal hier frei. Chiara, oh, Mann. Hä? Was machen die? Haben die die Challenges schon alle geschafft hier? Oder kaufen die sich frei? Oh, Mann, oh, Mann. Naja, Freunde, wir kaufen hier auf jeden Fall uns nicht frei. Ihr wisst ja, ich gebe eigentlich immer ganz, ganz gerne Robux aus. Aber, Freunde, bei sowas hier, da darf ich das nicht, Freunde. Da muss ich das alles selber schaffen. Okay, ich glaube, hier müssen wir, oh, oh, okay. So ein bisschen hier hochshaken, Freunde. Wir müssen unseren Po shaken. Na los, Lamy, shake dein Booty und, äh, ich glaube, ich komme nicht hoch, oder? Hä? Wie soll man denn hier nach oben kommen? Verstehe ich nicht, Freunde. Ich kann ja, oh, hä? Nein, das geht nicht. Hä? Wie soll ich das machen? Muss ich nach oben gucken? Nach unten gucken? Komm schon. Nee, irgendwie. Ah, doch. So, von links nach rechts, oder? So, ähm, zeig du mal. Hä, lol. Der kann, ah, okay, einfach an der Seite hoch. Ähm, ja, danke für die Hilfe. So, einmal hier lang. Oh Gott, oh Gott. So, dann hier lang. Oh, hier lang. Oh Mann, oh Mann. Freunde, ich glaube, man sieht, dass diese Wellen da so hingehen, in diese eine Richtung. Dann müssen wir immer gegendrücken. Okay. So, wir gucken das einfach mal bei dem hier ab. Der kennt sich wahrscheinlich schon hier aus. So, und dann einmal hier durch. Wow. Sehr gut. Danke für den Tipp. So, dann, äh, zeigt uns das mal einfach mal die Chiara und die fällt auch nach unten. Ja, sehr gut, Freunde. Okay, hä? Was müssen wir dann hier machen? Und? Nein. Hä, Leute, wie soll man das denn schaffen, Freunde? Das ist doch viel zu schwer. Man muss sich irgendwie an den Wänden hier festhalten und, äh, nein, hä? Das ist unmöglich. Warte mal. Ich glaube, ich habe noch einen Trick auf Lager. Man muss sich, glaube ich, hier so einhaken. So. Ja. Genau. So, Freunde. Habt ihr gesehen? So funktioniert das Ganze. Mal gucken, Freunde. Ich glaube, wir müssen das hier im perfekten Moment. drehen. Hä? Das ist viel zu schwer. Hä? Kann mir hier jemand einen Trick zeigen oder sowas? Ich glaube, ich mache hier alles falsch. Und wir haben gerade mal 33% von der ganzen Hobby geschafft. Das heißt, es müssten auf jeden Fall über 200 Level geben. Und, Freunde, wenn ihr wollt, wenn ich 100 Level schaffe, dann können wir ja im nächsten Video nochmal bis zu Level 200 gehen. Wenn ihr das wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Hä? Wie hält der sich da fest? Hä? Hä? Das funktioniert nicht. Oh Mann, ey. Ich glaube, hier brauche ich jetzt richtig lange. So. Oh. Okay. Und. Nein. Ach, Manu. Muss ich mich jetzt hier wirklich freikaufen? Eigentlich will ich das nicht machen. So. Die zeigt uns das nochmal. Und. Hä? Hä? Oh. Oh. Das. Das war der Trick? Ach, Manu. Ich bin ja wirklich so lust, Freunde. So. Okay. Wir sind jetzt bei dunkelrot angekommen. Hier sollte es, glaube ich, schon richtig, richtig schwer werden. Ich merke schon, am Anfang war das ja mal babyleicht. Aber jetzt wird es wirklich schwer. Und. Stufe Nummer 80, Freunde. Noch 20 Stufen. Das sollten wir auf jeden Fall hinbekommen. So. Okay. Und. So. 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 Und. Oh. Ja. Stufe 81. Sehr gut. Ähm. Was müssen wir hier machen? Hä? Lol. Was müssen wir da machen? Ach so. Hier drunter. Okay. Verstehe. 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 So. Einmal hier rüber. Ja. Das ist ja mal mega einfach. Wie soll man denn da durchfallen? Das geht ja gar nicht. Naja. So. Einmal. Oh. Okay. Das wird auf jeden Fall schwer, Freunde. Da an die Seite zu kommen. Stimmt's, Chiara? Ja. Ich glaube, es stimmt. So. Und. Äh. Nein. Och, Manu. Hä? Wie soll man das denn bitte schaffen? Das ist, glaube ich, echt viel zu schwer. So. Chiara. Ja. Dann kauf dich doch mal frei. Oder auch nicht. Jetzt einfach geschafft. Nein. Oh. Warte mal, Freunde. Habt ihr gesehen? Ich hab's, glaube ich, ein bisschen hinbekommen. Man muss nicht so ganz. Ja. Habt ihr gesehen, Freunde? Der Trickhack funktioniert. So. Ich glaube. So. Wir können uns hier schon. Ja. Nein. Ach, Manu. Ach, komm schon. So. Wir probieren das Ganze nochmal. Und. Ja. Wir haben es endlich geschafft. Oh Gott. So. Ja. Stufe 83. Noch 17 Stufen. Ach, Manu. Wie oft will ich eigentlich noch runterfallen? Hä? Was müssen wir hier machen? Das geht doch gar nicht. So. Auf den Ball. Und dann. Ähm. Hallo. Ähm. Ich kann mich nicht bewegen. Das geht ganz schwer nur irgendwie. Äh. So. Ich kann mich irgendwie sehr langsam nur bewegen, Freunde. Aber ich glaube. Ja. 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 Komm schon. Uuuh. Äh. Äh. Komm schon. Äh. Ich kann mich nicht bewegen. Nein. Oh, Manu. Das geht doch gar nicht. So. Äh. Wir stecken irgendwie mit dem Kopf in der Wand fest, habe ich das Gefühl. So. Zack. Langsam. 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 Ja, Chiara. Guck mir zu, wie ich das hier schaffe. Let's go, Chiara. Oh, Mann. Oh, Mann. So. Hä? Lol. Das ohne Springen ist ja mal richtig schwer. Und ich glaube, da oben, Freunde, ist das Diamantenlevel. Alter, das sieht ja mal abgefahren aus. Das werden wir dann wahrscheinlich im nächsten Video, äh, im nächsten Teil hier herausfinden, wie schwer das ist. So schnell wie möglich durchkommen. Ah, man bekommt hier Schaden, Freunde. Okay. Na los, na los, na los. Ja, das war ja mal mega easy. Hä? Das hätte auch da unten bei diesen, bei den grünen Stufen noch sein können. So. Lol. Das war cool. Yeah. Oh. Hä? Warte mal. Ah. Achso. Okay. In die Mitte mussten wir. So. Was ist das hier? Ich glaube, wir müssen wieder von der Seite hier hoch oder auch runter. Ach, Manu. Nicht dein Ernst, oder? So. Ja. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das nicht. Nicht. Ah. Okay, Freunde. Wir müssen wieder hier reinzoomen. So. Und. Nein. Äh. Ja. Komm schon. Jetzt schaffe ich das nicht. Ach, Manu. Diese Obi bringt mich langsam zum Ausrasten, ey. Wie schwer ist das denn bitte? Das schafft doch kein normaler Mensch. Okay, Freunde. Jetzt schaffe ich das. Und rüber. Nein. Hä? Das ist viel zu schwer. Also wirklich, Freunde. Wir brauchen noch zwölf Stufen bis zu Stufe 100. Aber Stufe 88 ist bis jetzt auf jeden Fall das Schwierigste, glaube ich. Freunde, das schaffe ich noch. Aber. Äh. Ja. Ich bewege mich gar nicht weiter. So. Nein. Hä? Wie soll man denn bitte da rüberkommen? Das ist wirklich unmöglich. Hat das Mädchen das geschafft? Was? Kira hat es geschafft? Die hat sich bestimmt freigekauft, Freunde. Hundertprozentig. So. Okay, Freunde. Das darf ich nicht. Und. Och, Mann, oh, Freunde. Das ist wirklich richtig, richtig schwer. Kira hat sich wieder zurück teleportiert. Und der ist auch schon, glaube ich, ganz traurig hier. Der schreibt traurige Emotis rein. So. Okay. Wir probieren das noch ein einziges Mal, Freunde. Wenn das jetzt nicht geht, dann raste ich ja mal komplett aus. Nein. Und. Hä? Nein, Freunde. Also wirklich. Das ist viel zu schwer. Wir sehen da oben. Ich habe 69 Tode. Ich probiere es jetzt schon die ganze Zeit. Und ich habe gleich bestimmt schon 100 Tode. Nur wegen diesem Level, ey. Freunde. Ich schaffe es jetzt nicht. Nein. Oh, Mann. Oh, Mann. Komm schon, Freunde. Jetzt Konzentration, Freunde. So. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Und jetzt. Einmal. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, das kann nicht sein. Muss ich hier wirklich überspringen? Nein, Freunde. Wir versuchen das. Dafür habe ich einfach viel zu viel Stolz. Ich kann hier jetzt nicht einfach überspringen. So. Nein. Oh, Mann. Aber wie lange dauert das denn noch? Ich habe schon 80 Tode. So. Und. Hä? Oh, mein Gott. Ich habe es geschafft. Nein. Oh, nein. Das kann nicht sein. Bitte nicht. Oh, Mann. Aber ich glaube, ich habe jetzt den Trick herausgefunden, Freunde. So. Einmal hier hin. Dann müssen wir hier bis zur Ecke gehen. So. Ungefähr. Und dann hier hingucken. Und. Rüber. Nein. Oh, komm schon. Jetzt aber. Und. Hä? Nein. Oh, komm schon. Und. Hä? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay. Langsam. 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 Ja. Oh. Mein. Gott. Wie lange hat das gedauert? Der Schreck hier auch schon hier. Oh, Mann. Seitlich gegen die Wand schalten. Hä? Was? Ähm. Hä? Okay. Wie soll das jetzt funktionieren, Freunde? Habe ich schon wieder gar keine Ahnung. Moment. Dann müssen wir so. Langsam. 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 Hallo? Hallo? Komm ich? Joab, Ferran. Oh, Mann, Freunde. Es wird nur noch schwieriger. Hä? Hä? Aber das checke ich ja jetzt mal gar nicht. Wie soll man denn hier langlaufen? Ähm. Äh. Äh. Okay, Freunde. Ich glaube, jetzt müssen wir wirklich überspringen. Ich schreibe hier auch schon. Ich heule gleich, Alter. Oh, Mann. Ich, äh. Ja, ich weine gleich auch. So. Na ja, Freunde. Aber wie soll man das denn bitte schaffen hier? Hier irgendwie in die Wand laufen? So? Nee. Hä? Das funktioniert nicht. Wie soll das jetzt funktionieren, Freunde? Hier. Einfach nur seitlich gegen das Ding laufen. Aber das funktioniert nicht. Ich komme hier nicht rüber. Die springen da irgendwie so komisch rüber. Komm schon. Äh. So. Nein. Ich drehe mich dabei. Passiert gar nichts. Ach, Mann. Hä? Äh. Nein. Ach so. Och, Mann. Und jetzt kapiere ich das alles, Freunde. Na gut. Ich glaube, wir müssen das hier so machen. Mit diesem Shift-Lock-Schalter. Also, Freunde. Ihr seht ja. So. Ich kann das immer so umschalten. Und damit können wir jetzt immer, äh, ja, so Tricks anwenden. Ohne diesen Shift-Lock-Schalter schaffen wir das gar nicht mehr. Okay. Was steht hier? Shift-Lock. Auch hier seitlich ab. Okay. Und? Ähm. Äh. 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 So. Lol. Okay. Wir können irgendwie so ein bisschen abspringen damit. Mit diesem Shift-Lock-Schalter. Und. Äh. Ja. Oh mein Gott. Ich habe es geschafft. Stufe 91. Und. Äh. Okay, Freunde. Das ist wieder so ein nerviger Seitensprung hier. Äh. Schaffe ich das ohne? Und. Äh. Nein. Das ist wieder was so richtig Schweres hier. Oh, Mann. Hä? Nein. Lol. Ich habe es geschafft. Ähm. Okay, Freunde. Ich habe mich wirklich nicht weitergekauft. Da könnt ihr mir glauben. So. Äh. Oh Gott. Was sind das hier für Fleischbällchen, ey? So. Hier rüber. Zack. Zack. Und. Oh. 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 Ja. Let's go. Oh. 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 Die kommt. Die kommt immer weiter. So. Die kommt immer weiter. Die kommt immer weiter. So. Und dann hier wieder rüber. müsst ihr auch bestimmt mindestens 200 Daumen nach oben schaffen, weil, Freunde, ihr seht schon, ich raste hier gleich komplett aus, ey. So. Hä? Lol. Man kann hier einfach durchgehen. Och Mann, oh. Man muss gar nicht durch die Seite durch. Och Mann. Naja. Wie auch immer. So. Dann müssen wir einmal hier auf die andere Leiter. Das ist schwer. Ja. Hm. So. Und. Zack. Nein. Och Mann. Hä? Wie soll man das denn jetzt schaffen? So? Nee. So. Oh. Das geht. Das geht gar nicht, Freunde. Das ist unmöglich. Und. So. Und. Zack. Nein. Ach komm schon. Bitte. Bitte lieber Roblox-Gott. Glaub an mich. Und. Ja. Oder auch nicht. Ach Mann, ey. So. Und. Zack. Ja. Oh. Mein. Gott. Wir haben es geschafft, oder? Ja. Stufe 95. So. Einmal. Hier. Seitlich hoch. Zack. Okay. Ich hätte schon viel früher diesen Shift-Lock-Modus hier aktivieren müssen. Ich glaube, dann hätte ich viel weniger Probleme gehabt. Vor allem bei Stufe 88 da hinten. Oh Mann, ey. Das. Da habe ich fast die Krise bekommen. Hier. So. Und dann einmal hier rüber. Und. Äh. Was müssen wir jetzt machen? Warte mal. Nein. Ach Mann. Oh. Warum drehe ich mich auch? Oh Mann. So. Hier rüber. Zack. Und. So. Sehr gut, Lamy. Konzentrieren. Bloß nicht failen hier. Und. Äh. Nein. Ach Mann. Das wird jetzt wieder richtig, richtig schwer. Ja. Okay. Wie machen wir das jetzt am besten? So. Nein. Okay. Aber ich glaube, ich habe den Trick jetzt herausgefunden. So. Und. So. Ja. Oh Gott, Freunde. Wir müssen jetzt richtig, richtig hier schnell sein. Und Stufe 96. Oh. Mein Gott. Lol. Wir sind jetzt hier bei der schwarzen Stufe angekommen, Freunde. Ich glaube, das wird jetzt. Oh. Richtig schwer. Hä? Hä? Lol. Okay. Lol. Das schiebt uns hier, Freunde. Oh Gott. Hä? Was müssen wir hier machen? Ach. Keine Ahnung. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Irgendwie. Keine Ahnung wie. Aber naja. Ähm. Ähm. Hä? Wie sollen wir hier rüber gehen? Oh. Achso. Ja. Okay. Ganz genau so. Und was ist das hier? Ähm. Achso. Hä? Lol. Warum ist es so einfach, Freunde? Das soll die schwarze Schwierigkeit sein? Oh Mann. Die schaffe ich ja im Schlaf hier. So. Einmal hier rüber. Und. Äh. Ja. Seht ihr, Freunde? Das schaffe ich ja im Schlaf. Ihr seht schon selbst. Hä? Wie soll man sich denn da seitlich weiter bewegen? Ah. Freunde. Ich habe den Trick jetzt herausgefunden. Immer so. Oh. Nein. Okay. Aber, Freunde. Ihr seht schon. Ich habe es jetzt, glaube ich, raus. So. Und zwar muss man sich immer so ganz schnell hin und her bewegen. So. Mit der Kamera. Immer spielen. Zack. Und. Ja. Let's go. Klettere so nah wie möglich zur Seite. Ähm. Okay. Ah. Okay, Freunde. Ihr seht schon. Da. Moment mal. Genau da ist noch so eine Leiterstufe. Okay. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein. Aber, Freunde. Das ist jetzt die 99. Stufe. Und dann sind wir bei Stufe 100 endlich angekommen. Ja. Wir haben es geschafft. Ja. Stufe 100. Start. Vergesst natürlich nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr solche coolen Videos nie wieder verpasst. Und, Freunde. Jetzt könnt ihr links noch das letzte Video abchecken. Oder rechts könnt ihr den Kanal abonnieren. Ansonsten, Freunde. Sehen wir uns morgen, wie immer, bei einem neuen Video wieder. Und tschaui.